Die NDR Talkshow, heute mit Humor und scharfer Zunge analysiert er die Themen unserer Zeit. Heute Abend wird er ein leidenschaftliches Plädoyer für die Streitkultur in unserem Lande abgeben. Wir sind gespannt und freuen uns auf Florian Schröder. Sie ist Wildbiologin und weiß alles über Füchse. Warum den Füchsen jetzt auch das Leben in unseren Großstädten sehr gut gefällt, das erzählt uns Sophia Kimmich. Herzlich Willkommen. Es gibt, ja so heißt es, es ist ein Zitat, es gibt gerade keinen schöneren, klügeren Film über Deutschland im Jahr 2021, schrieb der Tagesspiegel über die Kinodokumentation Herr Bachmann und seine Klasse. Und das hat vor allem mit ihm zu tun, dem Lehrer Dieter Bachmann. Herzlich Willkommen. Meine Damen und Herren, mit dem Megahit Rooftop hatte er 2017 seinen internationalen Durchbruch über 1000 Songs, hat er bisher geschrieben und nun gibt es was Neues von ihm. Singer, Songwriter Nicos Santos ist bei uns. Ja, das Motto von Jules Verne kennen wir alle in 80 Tagen um die Welt, aber er hat es wirklich gemacht. 44.000 Kilometer in einem Boot ganz alleine um die Welt, das hat er geschafft. Guten Abend, Boris Herrmann. Und meine Damen und Herren, wenn man 20 Jahre verheiratet ist, dann muss man dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. Das haben sich auch diese beiden gedacht und ein tolles, wunderbares, neues Projekt auf die Beine gestellt. Viktoria und Heiner Lauterbach sind hier. Herzlich Willkommen. Dann nehme ich das doch gleich mal auf. Apropos, ein neues Projekt. Das gab es noch nie. Ich freue mich sehr darauf. Es begrüßt Sie heute Abend Bettina Hubertus Mayer-Burkhardt. Und ich will es wie folgt aufgreifen. Barbara Schöneberger hat ihren Sohn aus erster Ehe geschickt. Jörg Pilawa ist da. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Jörg und ich, man könnte den Arno K moderieren, die NDR Talkshows schon seit 40 Jahren. Also so, wir kommen da langsam hin. Und seit über 40 Jahren, meine Damen und Herren, ist auch er nicht aus der Film- und Fernsehlandschaft wegzudenken. Sie ist seit 20 Jahren an seiner Seite und sorgt erheblich dafür, dass diese Erfolgsstraße, dass er die nicht verlässt. Und wir haben jetzt die beiden dabei eingeladen, meine Damen und Herren, weil sie ein wunderbar, erst mal, weil sie tolle Leute sind und weil sie ein wunderbares neues Projekt uns vorstellen wollen. Und nebenbei noch den 20. Hochzeitstag gefeiert haben. Und insofern könnte unsere Begrüßung nicht herzlicher sein. Viktoria und Heiner Lauterbach sind unsere Gäste. Viktoria, der 20. Hochzeitstag war am 7. September. Darf ich fragen, wie ihr gefeiert habt? Leider nicht so spektakulär, wie viele gedacht haben, denn wir waren beide erkältet. Heiner hatte aber eine Überraschung geplant und hat mich auch ein paar Tage davor gefragt, ob ich es denn schaffen würde nach Italien. Ich verrate jetzt nicht, wohin. Und ja, mir ging es aber ehrlich gesagt nicht so gut. Ich hatte Antibiotikum genommen und Heiner auch. Also von dem her lagen wir beide krank im Bett. Das ist, da muss man sehr gut verheiratet sein, sehr glücklich sein und dann kann man so ein bisschen drüber lachen über die Situation, glaube ich. Ja, das ist halt, man kann ja eh nichts dran machen. Das werden wir nachholen. Wir sehen noch mal ein paar Bilder von der Traumhochzeit 2001. Viktoria, du hattest im vergangenen Jahr etwas gepostet. Ich fasse das mal kurz zusammen. Du hast gesagt zu diesen Bildern, wer hätte damals gedacht, dass wir so ein glückliches, stabiles, emotional ineinander verschlungenes Ehepaar werden. Das hätten viele nicht geglaubt. Warum hatten eigentlich so viele Menschen, Viktoria, aus deiner Sicht Vorbehalte? Also nicht, ich glaube, weil sie den Heiner kannten und vor allem seinen Lebensstil und der sah damals, vor 20 Jahren ein bisschen anders aus wie heute. Ich glaube, dass es daher kam. Also mich kannte ja damals noch keiner, also von dem her denke ich mal, dass es mir an ihn gelegen ist. Ist zu befürchten, ja. Aber ich glaube, also Jörg, weiß ich, ist sehr glücklich und gut verheiratet und bei mir weiß ich es auch, dass ich sehr glücklich und gut verheiratet bin. Würdest du sagen, am Ende ist es auch bei aller Arbeit, die dazugehört, ja, hin und wieder, aber am Ende ist es einfach ein riesiges Himmelsgeschenk, wenn man jemanden findet, wo die Seelen so gehen. So ist es. Ich glaube da dran, ja. Jetzt habt ihr zwei gemeinsame Kinder, die sind 14 und 19 Jahre alt und die stellen ja nun Fragen, nicht nur beruflich, sondern auch Fragen, wie macht ihr das? Ich erlebe gerade im Freundeskreis auch eine sehr glückliche Ehe, wo die Kinder die glückliche Ehe der Eltern fast als Bürde empfinden, weil sie sagen, sowas schaffen wir nie. Ja, erlebt ihr das manchmal auch? Werdet ihr gefragt, Mami oder Papi, wie machen wir das, dass wir auch eines Tages so eine glückliche Partnerschaft werden führen dürfen? Nee. Nee. Das kann man klar mit Nein beantworten. Okay. Wir werden überhaupt wenig gefragt von unseren Kindern, muss man sagen. Das liegt am Alter. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die das alles besser wissen, beziehungsweise unseren Ratschlägen da nicht vertrauen würden, noch nicht. Ich schätze mal, der eine ist ja voll in der Pubertät, gerade, die andere hat sie gerade hinter sich. Das wird sich hoffentlich noch ändern. Aber in Ehefragen werden sie uns bestimmt so schnell nicht vertrauen. Ja, in Partnerschaftsfragen, sowas gemeint. Aber was man, sagen wir mal, was man wirklich merkt, wenn man, sagen wir mal, dieses Burschikose, was ja so, wenn man sich mal im Bussi gibt und so, ah, dann verdrehen die schon die Augen. Und wenn wir uns besonders gut verstehen, aber man merkt so zwischen den Zeilen zu Hause, dass sie das schon sehr zu schätzen wissen, weil sie nämlich viele Freunde haben, wo es anders ist, wo die Eltern sich getrennt haben schon. Und irgendwie merkt man schon, wenn, sagen wir mal, wenn da mal zu Hause so ein bisschen was ist, dass wir uns ein bisschen streiten oder dass wir nicht so lieb miteinander reden wie sonst, dann merkt man schon, es ist irgendwas oder so, dass die schon auf der Hut sind. Wir machen mal einen schnellen Durchgang, einen filmischen Schnelldurchgang durch euer gemeinsames Leben. Schön gemacht, finde ich, von der Redaktion. Erfolgsgeheimnis, die Zahl zwei. Im Doppel kam der Durchbruch. Die Komödie Männer machte ihn zum Star und diese zwei Herren zu lebenslangen Freunden. Im Jahr 2000 traf er sie. Mit dem Herz am rechten Fleck und dem Handy in der Hand ging es mit ihr hoch hinaus. Ein Preis folgte dem nächsten. Im Film hagelt es Schüsse, im Privaten viele Küsse und aus zwei plus zwei wurde vier. Sie feierten zwischen Schlümpfen, Zweiohrküken und der hohen Politik. Jetzt starten sie gemeinsam die Karriere 2.0. Zwei Jahrzehnte Eheglück. Was für ein Doppel. Viktoria und Heiner Lauterbach. Schön, mein Glück. Und ich zitiere das mal. Was für ein Doppel. Das Doppel tut jetzt etwas, was bei vielen Ehen ja schwierig ist. Ihr seid privat verliebt, ein Ehepaar erzieht Eltern, aber arbeitet jetzt auch zusammen. Davon wird hin und wieder abgeraten. Du bist Heiners Managerin. Ja, ich arbeite eigentlich schon seit 20 Jahren für Heiner, mit Heiner zusammen. Also für mich ist das nichts Neues. Aber nun, eine gute Managerin entwickelt ja auch einen Künstler. Und sag, pass mal auf, das solltest du vielleicht nicht machen, aber das solltest du vielleicht machen. Ist es schwer, Heiner von etwas zu überzeugen, was er zunächst nicht möchte? Ich habe so meine Taktik im Hintergrund. Wieder erzählen. Die Taktik, die verrate ich jetzt nicht. Ja, ja, es gehört zu der Taktik, da nicht drüber zu sprechen. Es ist für sie nicht schwer. Ich kann das, glaube ich, besser beantworten. Sie meint, ich wüsste das nicht. Sie hat unglaublich gute Methoden, also nicht, was ich jetzt meine. Ich kann das nicht sagen, einen dazu überzeugen. Viktoria, aber ich bin, ich lasse mich auch von ihr wirklich gerne überzeugen, weil sie wirklich meine, mittlerweile muss ich sagen, meine beste Beraterin ist auch, ganz objektiv gesehen. Aber sie improvisiert, glaube ich auch, weil sie erkennt schlummernde Talente in Momenten, wo sie damit selber, glaube ich, gar nicht gerechnet hat. Heiner guckt jetzt so kritisch, dass man sich gar nicht traut, die nächste Frage zu stellen. Heiner hat telefoniert und hat einem Schauspieler, einem wahrscheinlich jungen Schauspieler, einen Rat gegeben. Und nach meiner harten Recherchelage ist es so, dass du, Viktoria, plötzlich auf die Idee kamst, aus diesen Ratschlägen, die Heiner einem anderen Menschen, jüngeren Künstler, erteilt hat, daraus eine Geschäftsidee zu entwickeln. Genau, mit your master. Ja, nicht ganz. Also ich konnte ja den Heiner eigentlich die letzten 20 Jahre immer wieder beobachten, mit was für einer Leidenschaft er sein ganzes Wissen eben nicht nur an unsere Kinder weitergegeben hat, sondern mittlerweile auch an seinen Studenten, aber auch an Freunden, die Rat gebraucht haben. Und da kam mir dann die Idee und habe dann den Heiner eben eines Tages gefragt, Mensch, Heiner, könntest du dir vorstellen, dein ganzes Wissen, was du dir über die letzten 40 Jahre angeeignet hast, in Form eines Videos weiterzugeben. Also du meinst im Schauspielerischen? Im Schauspielerischen. Ja, klar. Was er ja schon getan hat. Er ist ein wunderbarer Schauspieler, aber noch ein besserer Lehrer, würde ich sagen. Du bist wirklich mega. Und da hast du mir damals auch noch gesagt, das weiß ich noch, du warst erst mal begeistert von der Idee und dann haben wir beide dann nochmal weiter darüber nachgedacht. Und ich sagte dann noch, das weiß ich noch ganz genau zu dir, was hältst du davon, wenn wir die Besten ihres Fachs, dass wir von denen ein Masterkurs oder so ein Video aufnehmen würden. Und dann sagtest du einen Satz, den werde ich nicht vergessen. Und zwar, stell dir vor, Albert Einstein, es gäbe so ein Video von ihm, wo er seine Relativitätstheorie erklärt hätte, mit seinen eigenen Worten. Oder Marie Curie, das ist, wenn man die Relativitätstheorie mal googelt, dann gibt es viele Tutorials, du bist aber nach fünf Minuten, bist du irgendwie nix zu ein. Aber stell dir mal vor, der Einstein selber hätte das in einem Film erklärt. Da will ich nicht wegschalten. Daran war für uns klar, wir müssen Meteor Master gründen. Also das ging eigentlich wirklich ganz schnell. Wir sind beide wirklich so richtig besessen von dieser Idee. Naja, ohnehin, wenn die großen Philosophen, wenn es schon digitale Technik gegeben hätte und wir hätten ein Video von Immanuel Kant oder von Edi oder von Herder. Jetzt gibt es 20.000 Schauspieler in etwa, nimmt man an, und 5.000 Schauspieler können dafür leben. Was sagst du, Heiner, den Schauspielern, die vielleicht auch hier und da mal Existenzangst haben, bevor sie den Beruf ergreifen oder nachdem sie den Beruf ergriffen haben? Naja, als erstes höre ich sehr oft die Frage von diesen jungen Leuten, aber auch von ihren Eltern. Ich war gerade noch auf meiner Universität da und hatte da Gespräche, da waren auch Eltern dabei. Sollen wir das überhaupt machen? Ich fühle das in mir, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es versuchen soll. Und da sage ich immer, auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Wenn ihr ein bisschen länger darüber nachdenken würdet, würdet ihr selber drauf kommen, ich kann das aber auch abkürzen. Ja, du musst es versuchen. Denn wenn du es nicht versuchst, wirst du immer wieder in deinem Leben, bis du 80, bis du 90 bist, wirst du, wenn du ins Theater irgendwo gehst und der Vorhang geht auf und sagst, scheiße, ich bin auf der falschen Seite, ich müsste eigentlich da oben stehen. Wenn du ins Kino gehst, wenn du an sie guckst, das wird dir immer wieder passieren. Wenn du es machst aber und scheiterst, dann bist du noch jung, dann machst du was anderes. Dann kannst du immer sagen, ich habe es versucht. Und kann nur eine Antwort geben. Und witzigerweise haben Jörg und ich vorhin über Sicherheit und Abenteuerlust in einem anderen Zusammenhang gesprochen. Und man muss, glaube ich, auch jungen Leuten immer sagen, eine Niederlage ist ja keine Schande. Nein. Nein, vor allen Dingen etwas zu versuchen und dann zu sagen, es kann ja verschiedene Gründe geben, warum man dann aufhört, weil einem auch dieser, sagen wir mal, dieses Metier nicht gefällt. Das Filmbusiness ist ein ziemlich hartes Business. Das ist nicht jedermanns Sache. Da sind auch Leute da, die nicht so fein sind und nicht nett sind. Das muss ja nicht Talentlosigkeit sein, die einen dann letztendlich scheitern lässt. Aber das ist auch, glaube ich, das Frustrierende so ein bisschen. Talente gibt es ja so viele, aber diesen Glücksmoment auch zu erkennen, zur rechten Zeit auch am rechten Ort gewesen zu sein und andersrum auch zu akzeptieren, ich war eben nicht da. Ja, genau. Und nun können ja, Jörg, Ratschläge lebensverändert sein. Vielleicht fragen wir mal in die Runde, Nico, gab es mal einen Ratschlag, und wenn ja welchen, in jüngeren Jahren, wo du gesagt hättest, ich wäre nicht da, ich wäre nicht der erfolgreiche Interpret heute, oder ich wäre als Mensch nicht da, wo ich bin, wenn die oder der mir damals nicht diesen Ratschlag gegeben hätte. Ich glaube, viele. Einmal war es Papa, auch genau das, was du gerade gesagt hast, right time, right place, hat immer gesagt, es wird kommen, aber es braucht Zeit. Und diese Niederlagen müssen auch irgendwie, die formen dich halt dann auch. Ich weiß, ich bin erst mal, mit 20 bin ich nach Köln gezogen, erst mal zwei Jahre lang da probiert, Musik zu machen und bin auf jeden Fall gescheitert, weil irgendwann so habe ich gedacht, okay, ich gehe einfach wieder zurück nach Mallorca, fang wieder an als Animateur und dann spare ich wieder so lange, bis ich wieder versuchen kann. Aber dann quasi mit Glück habe ich es irgendwie in eine andere Art und Weise geschafft, mich da irgendwie durchzumogeln. Aber ehrlich gesagt, es waren viele verschiedene. Also Papa natürlich von Anfang an, der immer gesagt hat, ey, probier es und mach es und wir unterstützen dich dabei. Dann aber auch Freunde, die gesagt haben, ey, bis du da irgendwann mal von leben kannst, das dauert auf jeden Fall. Florian, war es bei dir so jemand, so ein Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast, wo du gesagt hast, ja, das waren schon Schlüsselmomente. Ja, ich habe mich ja mit 15 Jahren beim Radio beworben, weil ich glaubte, es sei an der Zeit, ganz groß Karriere zu machen. Also ich war in einem komplett... Allerspätestens mit 15 Jahren. Allerspätestens, ich war in einem komplett pubertären Größenwahnsinn gefangen. Und ich habe mich dann auch noch beim FC Bayern des damaligen Radios beworben, bei SWF 3. Oh ja. Und da war der Chef damals, Peter Stockinger, ein ganz großartiger Typ, der Klaus Kleber entdeckt hat, Frank Plasberg, Anke Engelke, Balder, Harald Schmitter, also wirklich alle, die irgendwie große Namen wurden. Und da habe ich mich beworben, ich möchte jetzt da moderieren. Und dann habe ich eine Kassette aufgenommen, wo ich zum Teil parodiert habe, ein bisschen rummoderiert habe. Und dann schrieb mir Stockinger tatsächlich einen Brief zurück, den ich bis heute habe, für den ich ewig dankbar bin. Und zwar hatte mir dann geschrieben, ihre Stimme ist gut, sie beweist in der Darstellung eines Hörfunkmoderators parodistisches Talent. Dies ist jedoch zunächst alles. Der Wert eines guten Moderators beginnt jenseits dieser Gegebenheiten. Ich habe zahlreiche sehr junge Moderatorinnen und Moderatoren erlebt, die sich später nicht nennenswert über das Anfangsstadium hinaus entwickelt haben. Schon war dann die hohle Selbstgenügsamkeit, die sich auf den hohlen Wohlklang der Stimme beschränkte. Der Wert eines guten Moderators aber beginnt jenseits dieser Gegebenheiten. Und dann hatte man noch empfohlen, erst mal die Schule zu Ende zu machen. Und er hatte einfach, ich war damals total enttäuscht, aber im Nachhinein bin ich ihm so dankbar und denke, er hatte so fucking recht. Das war eine Tolle. Das war ja eine sehr konkrete Hilfestellung, muss man sagen, in frühen Jahren, die wegweisend war. Und welche konkreten Hilfestellungen Heiner Lauterbach gibt, das gucken wir uns jetzt mal an, einer jungen Schauspielschülerin. Und danach reden wir drüber. Bitteschön. Sonst noch was? Zeit. Viel Zeit. Kaffee? Nee, Kaffee kriegst du nicht. Ist ungesund. So, okay, gehen wir jetzt nochmal durch. Das erste war schon gut mit dem Dreimal. Ich würde das nicht kontinuierlich steigern, das ist ein bisschen langweilig. Ich war das nicht, ich war das nicht, ich war das nicht. Sondern, das muss so organisch. Ich war das nicht. Dann gucke ich blöd. Was? Ich war das nicht. Nimmt sie, das war die Tochter, das war die Tochter Maya, nimmt sie denn wenigstens da Ratschläge an? Ja, vom Vater. Das sind die einzigen, die sie annimmt. Das tut sie, obwohl ich ihr da, gerade da, verhältnismäßig wenig geben muss. Die Maya ist, muss man wirklich sagen, unglaublich talentiert. Wir haben ja vor ein paar Jahren, da hat sie ihre erste Hauptrolle gespielt. Ich habe die männliche Hauptrolle, sie die weibliche. Und da hatten wir viele Szenen zusammen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir hin und proben das im Wohnzimmer bei uns. Und wir fangen an. Und vorher musste sie alles komplett auswendig lernen. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist ein oder andere. Aber ich weiß, so viel kann ich dir da nicht zu sagen. Das ist unglaublich. Also wenn ich mich an meine Zeit erinnere, wo ich auf der Schauspielschule war und so, ich war bei weitem nicht so weit. Die ist toll. Wie übrigens viele junge Leute heute. Wir haben ja auch tolle junge deutsche Schauspieler, Mädchen und Jungen, die erstaunlich weit sind. Das ist irgendwie, bringt das die Zeit auch ein bisschen mit. Jetzt ist Maya nach London gezogen. Ich weiß, wie das ist, wenn der Sohn ins Ausland geht und man dann in das Zimmer geht, wo er gewohnt hat, bis er ins Ausland gegangen ist. Macht ihr das auch manchmal und müsst so ein bisschen schlucken dann oder so? Ja, klar. Wem viel ist leichter von euch loszulassen? Ich, also das hört sich schlimm an, aber ich befürchte Mia, weil es Viktoria eben so schwer fiel. Ja. Ja. Und gab es mal Bedenken, wir hatten vor kurzem von die Tochter, ich habe jetzt nicht ihren Vornamen, die wunderbare Tochter von Veronika Ferres hier, die, wo man... Lili. Lili, genau, Lili Ferres, wo ich das Gefühl hatte, als sie hier war, ja, die hat sich von der prominenten Mutter wirklich so emanzipiert. Die saß hier als ein frisches Mädchen, als eine, wie ich glaube, hochbegabte Schauspielerin und war eine eigene Person. Ja. Als ihr nun wusstet, dass eure Tochter Schauspielerin werden will, gab es da auch mal so den Punkt, wo ihr als Elternpaar gesagt habt, wollen wir mit ihr noch mal reden, will sie vielleicht nicht doch Steuerberaterin werden. Genau, was vernünftiges. Wirtschaftspoolverwürgen. Nein, es war eben genau andersrum. Maja hatte selber sich die Gedanken gemacht, was ist, wenn das nicht so klappt mit der Schauspielerase? Und soll ich das denn machen? Und Heiner und ich haben gesagt, du, geh deinen Weg, probiert es aus, mach drei Jahre die Schauspielschule, danach wirst du es sehen. Also auch da haben wir sie unterstützt. Ja, das war das Einzige, wo ich, sagen wir mal, verhältnismäßig konsequent blieb im Zusammenhang mit meiner Tochter, was mir sonst schwerfällt, dass sie eben eine Schauspielschule machen muss und dass sie tunlichst Theater spielen soll. Der Richard Huber, ein renommierter Regisseur, hat mal den Satz gesagt, entscheidend ist, wenn du Schauspielerin oder Schauspieler werden möchtest, dass du das Leben bereit bist zu leben eines Schauspielers. Also sprich, wenn du am Theater bist, musst du wissen, du spielst auch am 23. Dezember und am 26. Dezember wieder oder du bist auf Silvester zweimal und die Nachmittagsvorstellung ist meistens Abo, das sind nicht so schön, also du musst da einfach durch, du musst bereit sein, das Leben zu führen dieses Berufes und da hat er sicherlich recht. Liebe Viktoria, ihr seid 20 Jahre verheiratet, du kannst hier jetzt sozusagen unter der Aufsicht von Jörg und mir und den anderen Gästen sagen, was wünschst du dir für die nächsten 20 Jahre von deinem Mann? Was wünschst du dir vom Leben und von deinem Mann? Also das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt. Ja. Und mich noch immer nach 20 Jahren liebt. Oh, ja. Heiner, kannst du das mit einem gewissen Optimismus quittieren? Naja, ich hab mir eben gedacht, als wir kurz darüber sprachen, über diese Weltumsegelung, was für eine unglaubliche Leistung das ist, hab ich mir gesagt, welche Leistung ist denn eigentlich höher, diese Welt in 80 Tagen zu umsegeln oder 20 Jahre mit mir verheiratet zu sein? Also das sagt, glaube ich, schon alles. Ich bewundere Viktoria für viele Dinge, unter anderem eben auch dafür, dass sie das so toll meistert. Aber dann darf ich doch fragen, was ist das Kniffelige mit dir verheiratet zu sein? Ach, das ist jetzt, das hört sich nach Koketterie an. Ich finde es grundsätzlich, sagen wir mal, 20 Jahre an der Seite eines Mannes zu leben, der, sagen wir mal, auch so ein bisschen durch seinen Beruf schon extrovertiert ist, das alles mitzumachen. Und dass wir so eine, in Anführungszeichen, normale und so eine herzliche und warme Ehe miteinander führen, das ist schon in großen Teilen ihr geschuldet. Sie managt das eben alles sehr gut. Ihr habt euch viel bewahrt. Ihr habt euch viel bewahrt, das glaube ich auch. Ja, also, wenn ihr in 20 Jahren dann bei der Silberhochzeit hier seid und dann unseren Nachfolgern erzählt, wie das alles ist. Euren Enkeln. Viktoria und Heiner Lauterbach. Schön, dass ihr da rumgebracht habt. Ich freue mich, mit unserem nächsten Gast über ein Thema sprechen zu können, zu dem jeder wirklich etwas sagen kann, weil es geht um das Thema Schule. Ich gehe davon aus, dass jede, jeder in der Runde zur Schule gegangen ist und seine Erinnerungen hat. Hubertus, wie warst du in der Schule eigentlich? Ich war im Gymnasium, grottenschlecht. Ich war desorientiert und ich habe einen Lehrer gehabt in der Grundschule, der meine Seele gerettet hat, den ich gerne hier erwähne, Herr Dippel. Ohne Herrn Dippel wäre ich seelisch vor die Hunde gegangen. Das war meine Frau Duche in der Grundschule. Das hat mich auch wirklich so beflügelt, dass ich die Schule, muss ich es wirklich sagen, durchgehalten habe. Denn es ist nicht immer einfach. Deshalb freue ich mich auf unseren nächsten Gast, weil auf die Vorbereitung des Gastes wurde mir nahegelegt, einen Film zu gucken. Und es hieß Überschrift, dreieinhalb Stunden Film, Dokumentation über einen Lehrer und seine Klasse. Da habe ich gesagt, das klingt für mich so sexy, wie damals im Lateinunterricht die Gallischen Kriege zu übersetzen. Aber es war ein, oder es ist ein Hammerfilm. Also wenn Sie wirklich eine neue Einstellung zum Lernen, zur Schule, zur Integration, zur Herzlichkeit, zur Wärme haben wollen, schauen Sie sich den Film an. Der da heißt Herr Bachmann und seine Klasse. Und er ist bei uns, Herr Bachmann. Herzlich willkommen. Wir haben ja vorwiegend schon ein bisschen plaudern können. Das war wirklich sehr erfrischend. Aber erst mal muss ich mit etwas aufräumen. Und zwar, die NDR Talkshow gibt es seit 1979. Sie kannten die NDR Talkshow nicht. Das finde ich interessant. Ich kenne überhaupt keine Talkshow. Gucken Sie gar keinen Fern? So gut wie nicht, ne. Ich höre nur Radio. Man muss sich ganz anders konsolieren beim Radio hören. Wie ist es jetzt, in einer Talkshow zu sitzen? Ich bin verwundert. Erzählen Sie. Wir sitzen so ganz normale Menschen. Was haben Sie erwartet? Keine Zombies. Aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Glamouröser. Ja, so mit Heiligenschein, den Herrn. Herr Bachmann. Hat er nicht ganz normal. Mir ging es ganz komisch. Herr Pilawa kam auf mich zu. Ich habe ihn nicht erkannt. Den habe ich natürlich schon zwei, dreimal in irgendwelchen Quizshows gesehen mit meinen Söhnen immer. Über die Jahrzehnte. Aber ich habe sie nicht erkannt. Wenn Sie so als normaler Mensch auf einen zukommen, also nicht über Kameratechnik oder so beleuchtet. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht erkannt. Ist er noch sympathisch? Das ist ja beholten. Ich hätte sie auf der Straße nicht erkannt. Ich wusste ja, sie kommen hier auf mich zu. Aber ich fand das toll. Also ich finde, Sie sehen viel sympathischer aus in der Rennie. Herr Bachmann, leider sind Sie pensioniert. Ich würde alle meine Kinder in Ihre Klasse schicken. Aber jetzt lassen Sie erst mal drüber sprechen. Das ist wirklich ein besonderer Film. Stadt Allendorf ist eine kleine Stadt in Nordhessen. Sie haben dort unterrichtet, die 6b. 19 Kinder aus 12 Nationen zwischen 12 und 15 Jahren. Das klingt schon wahnsinnig. Bevor wir drüber sprechen, wollen wir erst einmal in die Klasse reinschauen und uns ein paar Bilder angucken. Bitte. Für meine Zeit finde ich das halt scheiße. Wenn die nicht lernen, dann sind sie selber dran schuld. Weißt du, wie schwer es ist, wenn du noch Deutsch lernen musst? Wir sollten als Klasse zusammenhalten. Wir sind halt hierher gekommen, aber ich habe nichts verstanden. Was ist los? Ich habe etwas gelernt über dich. Du wirst Friseur werden. Du kannst ja mal bei mir üben. Ich will auch Profiboxer. Aber Profiboxer, der Friseur ist ja was Neues. Diese Noten zeigen überhaupt nichts von euch. Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid. Tolle Jugendliche. Man spürt sofort etwas von der Wärmung. Das geht eigentlich über dreieinhalb Stunden. Das ist mir aufgefallen, das ist jetzt eben auch nochmal. Sie sind ja ein halbes Jahr begleitet worden. Durch Kamerateams, durch Filmemacherinnen. Die Kinder performen ja gar nicht für die Kameras. Haben die das gar nicht realisiert? Die Kameras gar nicht wahrgenommen? Naja, das war so ein ganz langsamer Prozess. Ich habe meine Freunde Maria Späth und Reinhold Vorschneider, den ich schon mein ganzes Leben lang kenne, immer wieder belagert. Ihr müsst mal in dieses nicht eroberte kleine Dorf kommen, das inzwischen eine Industriestadt ist. Also so ein bisschen wie bei Asterix und Oka. Da hat sich eine ganz komische, aber wunderbare Inselmentalität herausgebracht. Da gibt es Menschen, die gibt es bestimmt in der ganzen Bundesrepublik nicht. Und vor allem die Kinder und Jugendlichen sind was ganz Besonderes. Wenn sie auf den Schulhof kommen bei uns als Fremder, da kommt gleich eine Hörle auf sie zu, nimmt sie an die Hand. Wo wollen sie hin? Wer sind sie denn? Also mit einer unglaublichen Herzlichkeit. Und ja, dann sind die mitgekommen, schon vor ein paar Jahren mal, in eine andere Klasse. Und Maria Späth hat sich gleich schrecklich verliebt in diese Kinder. So wie ich das auch gemacht habe, mal vor über 20 Jahren. Und ja, dann kam die ganze Filmförderung, das stotterte erst, dann hat es geklappt. Und dann sind die auch schon ein halbes Jahr, bevor der Film angefangen hat, immer mit in die Klasse gekommen. Und die gehörten zur Klasse, ich habe die einfach zu Hilfslehrern gemacht. Und die haben sich selber, wir sind ja Ganztagsschule gewesen. Ich habe zum Beispiel einmal an einem Tag zehn Stunden Unterricht in der Klasse, da haben wir zusammen gegessen, da haben wir zusammen Hausaufgaben gemacht. Die Hausaufgaben waren abgeschafft. Alles dort. In der Schule. Und da waren immer, das ganze Filmteam war dann dabei. Aber wir haben jetzt nur einen kurzen Ausschnitt gesehen, vielleicht beschreiben Sie mal, was sind es für Kinder, die Sie dort unterrichtet haben? Wir haben ja gesagt, diverse, 19 Kinder, zwölf Nationalitäten, wenn Sie die so beschreiben würden. Ja, ich habe ja gerade dieses Stadtallendorf versucht zu beschreiben. Als ich das erste Mal dahin kam, dachte ich, das ist so eine stehen gebliebene Westernkulisse. Ja. Und also es hat was ganz Provisorisches. Das passt irgendwie zu mir. Ich mochte das gleich. Und die Menschen, die kommen aus aller Welt, 70 Prozent der Menschen in der Stadtallendorf haben Migrationshintergrund. 70 Prozent. 70 Prozent. Und die kommen aus aller Welt und die sind sehr dankbar, dass sie da sein können. Die Eltern sind dankbar, dass sie einen Job haben. Es gibt dort Ferrero, Fritz Wintz, da gibt es Großbetriebe, über 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie und ungefähr 20.000 Einwohner. Es gab ja vor, während des Nationalsozialismus eben auch Zwangsarbeiter dort. Es gab zwei Munitionsfabriken, also es ist wirklich eine... Da haben Sie etwas gelernt über den Köln. Die habe ich sofort gesagt, war mir nicht bekannt, die Europas größte Munitionsfabrik. Ja, zwei, zwei. Es ist eben eine Geschichte, es gibt vier Moscheen, aber nur eine Kirche. Es ist also ein ganz anderes Stadtbild und trotzdem, wenn man in die Klasse reinguckt, in diesen Mikrokosmos eigentlich, wenn man sich dann die Kinder so anschaut, wo einige hier geboren sind, Deutsch können, aber Sie haben eben auch Kinder, die überhaupt gar kein Deutsch kannten, als Sie in die Klasse kamen. Wie viele Kinder waren das von in der 6b ungefähr, die gar kein Deutsch konnten? Das habe ich jetzt nicht... Wie viele konnten gar kein Deutsch? Bei uns in der Schule gab es das System, die Kinder, die in dieser Migrationswelle seit 2015 ankamen, die kamen erst in eine Sprachenklasse. Aber das hat nicht funktioniert. Da war dann die Lehrerin die Einzige, die Deutsch sprach. Und dann kamen, waren da 20 Kinder aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen. Und dann habe ich die ziemlich schnell zu mir in die Klasse geholt und integriert. Und dann haben die ganz schnell Deutsch gelernt, weil sie halt hauptsächlich miteinander dann gesprochen haben. Was macht Sie, wenn Sie das so für sich mal formulieren, einen wirklich guten Lehrer aus? Also, ich habe mich nie als besonders... Mich haben oft Leute gefragt, bist du ein guter Lehrer? Ich habe mich nie so gefühlt. Für mich war diese Art Lehrer, die da im Film zu sehen ist, ein Schicksal. Es war meine einzige Möglichkeit zu überleben. Ich habe mich selber in der Schule 13 Jahre gelangweilt. Ich wurde in, wie wir vorhin besprochen haben, ich wurde in der Volksschule auch verprügelt von den Lehrern. Ich fand... Vorhin besprochen haben, Heiner Lauterbach vor der Sendung, habt ihr schon mal gelesen. Wir hatten da so eine ähnliche Geschichte. Für mich war das, als ich dann Lehrer wurde, erst ganz unklar, wie kann ich das überleben? Das war die Frage für mich. Ich möchte nicht nochmal 13, 20 Jahre so Schule erleben, wie ich es selber als Schüler erlebe. Ich meine, es war ja eher bei Ihnen auch aus der Not herausgeboren, Lehrer zu werden. Weil Sie waren, haben als Bildhauer gearbeitet, als Steinmetz gearbeitet. Genau, Steinmetz gearbeitet, haben Musik gemacht und sowas. Dann haben Sie Familie gegründet, mussten richtiges Geld verdienen. Wie Sie gesagt haben, drum bin ich in die Schule gekommen. Wir haben den Film gut gesehen, ja. Nee, wirklich, das ist mehr als beeindruckend, was da geleistet wurde. Aber wenn man sich das so anschaut, was macht dann für Sie eigentlich auch Schule heute aus? Lesen, Rechnen, Schreiben ist das, was Sie hier gelernt haben. Ich habe ja, Sie hatten mich ja vorhin schon gefragt, ich habe den Film das erste Mal gesehen, dann dachte ich, oh Gott, was ist das für ein komischer Typ? Ja, der Lehrer ist irgendwie. Und dann habe ich ihn noch zweimal gesehen und dann gefiel mir das irgendwie. Da habe ich selber eigentlich erst verstanden, was ich da gemacht habe. Und was ich, glaube ich, gemacht habe, das habe ich über die Kinder gelernt. Ich habe einfach angefangen reinzuhören, was wollen die Kinder. Ich habe auch bei meinen eigenen Kindern reingehört. Ich habe sie dann in die Waldorfschule geschickt, weil ich wollte unbedingt dann auch für die Kinder, für die ich verantwortlich war, eine nestwarme Atmosphäre schaffen. Ich wollte, dass diese Kinder sich wohlfühlen, dass sie ankommen, dass sie ihre Möglichkeiten entdecken können, dass sie sich verorten können, auch mit anderen Kindern. Das heißt, die Schüler haben Ihnen quasi gezeigt, was Sie für einen Lehrer brauchen und haben? Ja, ja, also das war einfach ganz klar. Also ich wusste selber nicht, wie kann ich Lehrer sein und das überleben. Das wusste ich nicht. Die Kinder haben es mir dann gesagt. Ich saß dann zum Beispiel mal da und habe mit Äpfeln jongliert. Ja, dann kam plötzlich die halbe Klasse und wollte auch jonglieren. Ja, herrlich. Da hatte ich was entdeckt. Man kann in der Schule auch jonglieren. Das ist ja eine tolle Sache. Kopf-Hand-Koordination und auf die Art und Weise, meine Gitarre hat irgendwann zu mir gesagt, hey du Bachmann, nimm mich mal mit in die Schule, mir ist langweilig auf dem Sofa. Du bist nie da, du spielst mich gar nicht mehr. Da habe ich die Gitarre mitgenommen und Steffi war ganz schlecht gelaunt an diesem Tag, als ich die mitbrachte. Und dann habe ich so eine alte keltische Melodie gespielt, die kennt ihr alle. Aber ich konnte ja nicht singen, was wollen wir trinken. Also haben wir dann ein Lied getestellt. Was wollen wir? Jetzt wollen wir tanzen, jetzt wollen wir singen. Und so ging das los. Und plötzlich stellte ich fest, Steffi beispielsweise, die konnte unglaublich toll Vierteltöne, Dritteltöne, die konnte also arabisch singen, irgendwie so wie eine Sass, wie eine indische Sita. Und wenn die sangen, dann dachte ich, ich mache Urlaub am Schwarzen Meer. Also das war völlig irre. Und das war so eine Entdeckung. Dann habe ich diesen Hassan, der war Boxer, der hat also um die hessische Meisterschaft gekämpft, den haben wir mitbegleitet. Diesen weichen Menschen, ein unglaublich liebevoller Junge, der sich umallt, aber er konnte ganz schön toll boxen und war ganz schön heftig dabei. Dann hatten wir einen Jungen, der war bei Dieter Bohlen, also der Matthias war bei Dieter Bohlen bis in die zweite, dritte Runde als Rapper. Also Musik ist ganz... Plötzlich belichteten sich so ganz viele Fähigkeiten. Und Sie hatten ja vorhin was gesagt. Faszinierend fand ich natürlich auch zum Beispiel die Fährhahn, die im ersten Jahr noch kein Kopftuch trug. Und da war sie ganz anders. Plötzlich trug sie ein Kopftuch. Und dieses Mädchen hat jeden Tag für alle was zu essen mitgebracht, hat jeden Tag mir meinen Kaffee geholt. Und ich musste ja immer sagen, Fährhahn, wenn einer reinspuckt, haus ihm eins aufs Maul. Das ist nämlich mal einmal passiert. Und da kam sie ganz traurig an und sagt, Herr Bochmann, der Kaffee ist ausgeschüttet, die Tasse ist kaputt. Ja, was passiert? Ja, zwei Buben haben da reingespuckt. Ja, was hast du? Ich habe einem einen aufs Maul gehauen. Das war dann der Rang-Gag. Wir mussten, ja, und das war, ich fand dieses Mädchen so toll. Man muss sagen, dieses Mädchen, wer es nicht vor Augen hat, sie ist im Film mit Kopftuch und immer mit Jacke zu sehen. Kein Irre, ne? Total natürlich, aber er öffnet sich im Laufe des Films immer mehr auch der Klasse gegenüber. Das ist schon, ich habe mal eine Frage. Wessen Idee war das denn, diesen Film zu machen? Och, das war so ein... Ich wollte die einfach mal so mitschleppen nach Stadt Eilendorf. Das war schon deine Idee. Das ist so gewachsen. War seine Idee, ja. Das ist so, wir waren Freunde, also die Maria Späth und der Reinhold Vorschneider und ich habe die, ihr müsst euch das mal angucken. Das ist einfach was ganz Besonderes, dieses Stadt Eilendorf. Also, es gibt aber auch so klassische Szenen, die in jeder Schulklasse vorkommen können. Es geht zum Beispiel einmal um gleichgeschlechtliche Liebe. Zwei Männer, die sich küssen, zwei Frauen, die sich küssen. Da gibt es die kleine Steffi, die sich darüber wahnsinnig aufregt. Das passt überhaupt nicht in ihr Weltbild. Und sich fast schon körperlich ekelt bei der Vorstellung, dass das überhaupt passiert. Sie sind jetzt keiner der Lehrer, die dann sich hinstellen und sagen, doch, das ist bei uns, aber... Sondern Sie gehen in die... Ja, wie kann man sagen, in ein Gespräch, Sie wollen es begründet haben von ihr. Warum? Ja, es ist ja so, die Steffi als Muslima hätte mich dafür in die Hölle gewünscht. Aber da sie eine gute Beziehung zu mir hatte, konnte sie mich nicht einfach in der Hölle ablegen. Jetzt war sie in einem tierischen Widerspruch. Schicke ich diesen Kerl jetzt in die Hölle, auch vielleicht... Die wollte mich aber nicht für fünf Minuten in die Hölle schicken, aber sie kämpfte. Und am Schluss sagt sie dann so einen Satz, ja, ich weiß nicht, vielleicht doch Menschen. Und da hatte ich gewonnen, da war ich dann völlig glücklich. Und wir haben dann später auch mal so ein bisschen immer wieder drüber geredet. Und sie hat einfach mal, nur darum ging es, eine andere Denke gehört. Einfach eine andere Denke. Das hat schon gereicht, denn das hätte sie sonst in ihrem Umfeld nirgendwo mitkriegen können von einem Menschen, den sie mag. Jetzt muss man natürlich sagen, das Ganze ist gedreht 2017. Jetzt kann man ja fragen, was ist denn aus den ganzen Schülern eigentlich geworden? Und da kann man fast schon stolz drauf sein. Die Frage habe ich jetzt, ja, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ja, 19 Schüler. Zehn machen jetzt Abitur. Zehn haben den Gymnasialabschluss der Gesamtschule gemacht, machen Abitur. Fünf haben Realschulabschluss. Hassan macht eine Lehre als Mechatroniker. Vier andere machen jetzt Fachabitur. Von den vier, die übrig blieben, haben zwei einen Hauptschulabschluss gemacht. Also alle auf jeden Fall Abschluss. Ich glaube, die werden alle eine gute Erinnerung an ihre Schule haben. Satt, Nico, wie ist das bei dir, wenn du an deine Schule, hast du auch so positive, gute Erinnerungen? Wir haben schon gehört, bei Heiner war ja nicht alles positiv. Wie war es bei dir? Ja, also ich kann auch wirklich nur mit Glück reden, dass ich halt auf Mallorca auch aufgewachsen bin. Und mallorquinische Schule, also als ich damals in eine WG gekommen bin mit zwei Medizinstudenten und die mir Geschichten erzählt haben, wie das in Deutschland damals war oder bei denen war und wie es bei mir so war. Wir waren echt sehr freundschaftlich mit unseren Lehrern. Wir waren, also die haben mich auch immer ermutigt. Ich weiß noch, mein Musiklehrer hat damals einfach gesagt, ey, es gab eine Zeit, wo ich gar nicht mehr so richtig Klavier spielen wollte, weil es war mir zu klassisch. Und da habe ich gesagt, ja, aber dann setze ich doch mal mit mir mit. Ich spiele was und du und du spielst genau diese Noten und diese Noten werden dir helfen, die richtigen Melodien zu finden. Und solche Sachen, genau solche Sachen spielerisch was beizubringen, das ist ja eigentlich was, was Lehrer machen sollten, den Spaß wieder erwecken. Boris Herrmann nickt unmerklich, man muss genau hingucken. Aber ich glaube, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, also auch partnerschaftliche Lehrer gehabt. Oder interpretiere ich das Nicken falsch? Ja, zumindest darfst du ja weiterführen in Schule. Die Grundschule war ein bisschen altbacken, da wäre ich beinahe irgendwie so stecken geblieben. Aber das Gymnasium dann war eine klasse Schule. Ich bin immer noch mit Lehrern befreundet, mit Lehrern aus der Zeit, die ich jetzt fast zu meinen engeren Freunden zähle. Florian, bei dir gibt es einen Lehrer, wo du sagst, heute die Kamera läuft ohne Herrn Doktor oder Frau Doktor, schieß mich tot, wäre ich nicht da, wäre ich nicht hier. Dankbarkeit. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das wäre zu viel der Ehre. Aber ich hatte tatsächlich gerade so in den Fächern, in denen ich auch stark war, zufälligerweise die besten Lehrer. Also ich erinnere mich an eine großartige Geschichts- und Sozialkundelehrerin in der Oberstufe, die mir sehr viel geholfen hat, Dinge zu verstehen und wirklich so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Aber ich erinnere mich auch in frühen Phasen, ich bin ja über die Realschule ans Gymnasium gegangen, in der fünften, sechsten Klasse hatte ich eine Mathelehrerin und damals hatte ich so eine Zahnspange, die war ja um den Mund rum, also außen rum. Außen? Ja, ja, außen rum, das liegt ja auch nicht nur drin, sondern draußen. Und die hat dann gesagt, ich wollte sie verarschen, hat gesagt, nimm das Ding raus, nimm das Ding raus. Sonst fliegst du aus dem Klassenzimmer. Ich kann es nicht rausnehmen, es ist fest, es muss hier drin sein und so. Das hat gefühlte drei Stunden gedauert, bis es standen hat, dass ich das nicht abnehmen kann. Ja, das war natürlich für meine komödiantische Laufbahn, sagen wir mal, produktiver halt. Herr Bachmann, das war... Zahnspangen-Blues. Machen wir gleich ein Stockhaus auf jeden Fall. Sehr gut. Herr Bachmann, das ist ja wie gesagt jetzt 2017, als es gedreht wurde. Zu wie vielen Schülern haben Sie noch Kontakt? Wir hatten jetzt vor etwa zwei Monaten hatten wir eine Premiere für die Schüler in Marburg im großen Kino, da waren fast alle da, ja. Ja, das war sehr schön. Aber ich habe noch zu einigen von den Jungs Kontakt gehabt, ich habe zum Beispiel Hassan und Ercan und einigen anderen Autofahren beigebracht. Ich hatte Gott sei Dank noch ein altes Auto, es hatte hinterher ein paar Bollen mehr, ne, Hassan. Weil die Väter hatten halt alle so tolle Autos, dicke Mercedes und so. Und darauf durften sie nicht üben. Und die wollten das nicht und dann bin ich halt mit meinem alten Geländewagen mit denen durch die Pampa geschrubbt und das war toll. Ich habe mich selbst toll gefühlt, ich habe Ihnen was ganz Reales beigebracht, Autofahren. Sie sind mittlerweile pensioniert, wie lebt es sich so ohne Schule? Ja, da kann ich dann, ich kann immer das nur in Geschichten beschreiben so ein bisschen. Also meine jetzige Freundin hat irgendwie, die ist Lehrerin, so wie ihre Frau. Ja. Und der hat gesagt, du gehst jetzt in den Wald und überlegst dir, wie es weitergeht. Ich hatte nämlich nicht aufgehört. Ich habe noch ein Jahr weiter und ich habe mir überlegt, ich habe mich schon beim Schulamt gemeldet, ich wollte unbedingt mal Grundschullehrer sein. Je kleiner und so besser. Es war meine, war eine große, aber dann kam Corona, also war das auch vorbei. Aber dann hat sie mich in den Wald geschickt. Ich habe meine Gitarre genommen, habe mich auf eine Lichtung gesetzt, stelle die Gitarre dahin und habe mich an einen Baum gelehnt. Und dann war so etwas Seltsames, also so Insekten flogen auf die Gitarrenseiten. Die spielte quasi von selber, so wunderschöne Melodie, dieses, das war schon fast Jazz, ne? Also diese, diese und dann habe ich die Augen geschlossen und es war so beruhigend. Ich bin eingeschlafen, also so halb gedöst und im Traum kommt ein Mann auf die Lichtung. So in so einer alten Mönchskutte, mit so einer, aber nicht so wie heute so gebügelt, sondern so richtig grober Zwirn, ne? Hat so eine Laute über der Schulter und setzt sich neben mich. guckt mich so an und genießt auch diese Musik, diese Insekten, diesen Insektenbluts da. Und spielt dann plötzlich mit der Laute mit und singt ein Lied dazu. Und ich kannte das Lied. Herr Pilawa, Sie sind doch hier. Sie merken, wie ruhig es wird. Ja, welcher, wer war das? Der Mann war wirklich aus einer anderen Zeit. Aber das können wir ja hinterher noch raten, wer es war. Jedenfalls hat er mich dann umarmt und gesagt, Dieter, du bist so traurig. Was ist los mit dir? Ja, habe ich gesagt, ich darf nicht mehr Lehrer sein. Ich muss mir was Neues überlegen. Ich muss mein Leben neu machen. Dann sagt er, ach, das habe ich auch erlebt. Pass auf, Dieter. Ich sage dir, was ich gemacht habe. Ich habe gesungen, ich habe gesungen, ich habe nur noch gesungen. Ich habe morgens gesungen, mittags gesungen, abends gesungen. Und heute singen Sie? Hör nicht auf zu singen, hat er zu mir gesagt. Ja. Sing auch deine eigenen Lieder. Das habe ich gemacht. Herr Bachmann und seine Klasse. Ja. Das ist ein Film, der Bock macht auf Lüge. Vielen Dank, Herr Bachmann. Danke. Meine Damen und Herren, roter Pelz, Bernsteinfarbene, augengrazile Statur. Die Rede ist nicht von meinem Freund und Kollegen Georg Villarber. Nein, der Fuchs ist für seine Schönheit bekannt, meine Damen und Herren. Er gilt als schlau, er gilt gelegentlich auch als gerissen. Und er kommt vor im hohen Norden, so wie in tropischen Gefilden. Und was jetzt spannend ist, ist, dass der Fuchs in die Städte kommt. Und da ist eine Frau heute bei uns zu Gast. Die ist Wildbiologin und die darüber ein lesenswertes Buch geschrieben hat. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sie da ist. Sophia Kimmich. Herzlich willkommen. Sophia, was war deine allererste persönliche Begegnung mit einem Fuchs? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil man sieht die Füchse ja manchmal so ein bisschen aus der Distanz. Also ich erinnere mich so an Kindheitserinnerungen aus dem Auto, so im Vorbeifahren, irgendwo an der Landstraße. Aber das war ja nicht so richtig persönlich. Und dann so richtig direkt eben in Berlin, was man gar nicht denkt. Man wächst irgendwo im Grünen auf dem Land auf und dann kommt man in die Großstadt und plötzlich sind überall Füchse. Habe ich auch erinnert. Am Alexanderplatz, neben mir stand ein Fuchs. Was hat dich fasziniert? Ach, vieles. Ich finde es ganz toll, dass es so Überlebenskünstler sind. Also die Stadt ist ja ein hartes Pflaster für so ein Wildtier und die Füchse meistern das schon ziemlich gut. Wie viele Füchse gibt es in Berlin? Das ist immer so eine simple Frage, die total schwer zu beantworten ist für Biologen, weil fast niemand irgendwelche Zahlen erhebt. Aber es gibt so eine Schätzung zwischen 5.000 und 11.000 je nach Jahreszeit. Zwischen 5.000 und 11.000 in Berlin. Ist das in anderen Städten in der Relation zur Bevölkerungsdichte ähnlich? Ich würde sagen, ja. Also man weiß es ja nicht so genau, aber der Fuchs ist wahrscheinlich flächendeckend in Deutschland in den Städten vertreten. Er lebt halt sehr heimlich, deswegen merken es die meisten Menschen nicht. Warum ist der Fuchs denn überhaupt in die Stadt gezogen? Was war der Grund? Es gibt so ein bisschen eine gute und eine schlechte Seite sozusagen von der Antwort. Auf der guten Seite sind Städte einfach sehr reich an verschiedenen Lebensräumen. Es ist sehr heterogene Strukturen in der Stadt. Es gibt eine Hekte. In der Stadt ist was los. Genau. Es gibt viel Nahrung, das ist auch für den Fuchs interessant. Er wird dort nicht gejagt. Das ist auch ein Vorteil. Und auf der anderen Seite flieht er aber sozusagen eben auch vor dem Land. Das ist sozusagen die traurigere Seite der Geschichte, weil wie fast alle Tierarten auch der Fuchs auf dem Land seine Probleme hat. Die vielen Monokulturen in der Landwirtschaft führen eben dazu, dass es weniger Beutetiere gibt. Außerdem wird er eben auf dem Land auch stark bejagt in Teilen von Deutschland. Genau. Das heißt, auf dem Land ist es zum Teil dann einfach weniger attraktiv als in der Stadt. Ist der Fuchs das einzige Wildtier, was in die Stadt gewechselt ist? Oder gibt es andere Vertreter, die da mit ihm gekommen sind? Tatsächlich absolut nicht. Also die Artendichte ist zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin wesentlich höher als überall sonst im Offenland in Deutschland. Also zum Beispiel gibt es in Hamburg und Berlin mit Abstand die meisten Singvogelarten. Es gibt auch über 50 Säugetiere im Stadtgebiet. In Hamburg? Ja. Also nicht 50 an der Zahl, sondern 50 verschiedene Rassen. Also drei, vier. Mit wem muss ich rechnen, wenn ich nachher nach Hause fahre? Man hat die größeren Säugetiere wie den Fuchs, den Waschbär, irgendwie den Steinmarder, Eichhörnchen sieht jeder mal. Dann die Fledermäuse gehören da natürlich auch rein. Das sind oft mehrere Arten. Wo leben die Füchse in Berlin? Also was ist ihr bevorzugtes Habitat? Charlottenburg. Charlottenburg, ja. Ja, genau. Ja, sonst heißt es ja immer Reinickendorf, weil Reinicke Fuchs. Aber tatsächlich überall. Also man kann die am Alexanderplatz genauso treffen wie im Grunewald. Sie haben eben eigentlich die ganze Stadt besiedelt. Schon so seit den 90er Jahren ist Berlin eigentlich komplett besiedelt. Herr Bachmann wird es vielleicht auch erlebt haben, auf Schulhöfen sind sie häufig. Ja, sie mögen Orte, die berechenbar sind. Also Füchse meiden uns Menschen ganz gerne. Und das heißt, sie nutzen Brachflächen, S-Bahn-Trassen, solche Dinge, die in der Stadt zwar sehr zentral, aber trotzdem eingezäunt und für Menschen nicht zugänglich sind. Und eben auch manchmal Orte, die tagsüber zwar total bevölkert sind, wie so ein Schulgelände, aber nachts ist da eben nicht viel los. Und das weiß der Fuchs. Wovon ernährt sich der Fuchs? Tatsächlich fressen die meisten Füchse in der Stadt auch weiter Mäuse, was so ihre natürliche Beute ist, wo sie darauf spezialisiert sind. Aber sie fressen dann eben auch den Dönerrest vom Boden oder das plattgefahrene Tierfüchse sind alles Fresser. Die nehmen alles, was sie finden. Wenn ich jetzt einen Fuchs in meinem Garten habe, soll ich mit ihm in einen Dialog treten? Soll ich ihn füttern? Soll ich ihn füttern oder soll ich ihn einfach ignorieren wie einen unsympathischen Nachbarn? Tatsächlich können Füchse ja wahnsinnig viele verschiedene Geräusche machen. Also könnte man theoretisch einen Dialog führen, nur versteht man sich ja gegenseitig immer so schlecht. Man sollte ihn auf keinen Fall füttern. Also Wildtiere anzufüttern führt dazu, dass sie die natürliche Scheu verlieren und dann problematisch werden können. Und damit tut man dem Fuchs keinen Gefallen. Am besten einfach beobachten und genießen. Ihr lebt ja auch ein bisschen ländlich. Habt ihr auch schon so Besucher bei euch erlebt im Garten? Wir sehen fast täglich einen Fuchs. Oft nachts, wenn man nach Hause kommt mal, also im Dunkeln. Und bei uns gibt es sehr viele Füchse. Ja, ja. Ja, leider haben die unseren Hasen von uns genommen. Darf ich verspießen? Ja, Schule hier. Ja, bitte. Herr Bachmann hat sich gemeldet. Ja, ich habe im Dorf was gesehen. Das würde mich interessieren. Vielleicht hatte ich ja ein Bier zu viel getrunken. Aber ich habe einen Fuchs gesehen, der war bunt. Also der war mehrfarbig. Also es gibt auf jeden Fall bei Füchsen, auch wenn sie Rotfuchs heißen, viele verschiedene Farbvarianten. Das gibt es hier in schwarz und auch mit so schwarzen Feldzeichnungen. Im Rot ist also, je nachdem wie bunt der war, würde ich sagen, würde ich entscheiden, ob sie was getrunken haben oder ob das tatsächlich passiert sein kann. Der sah eigentlich aus wie ein Border Collie, aber es war wirklich ein Fuchs. Ja, das passiert. Es ist selten, aber es gibt die Füchse auch mal ein wenig bunter. Ich bin froh, dass Sie mir das sagen. Es hat die Sophia die Füchse mit einem GPS-Band versehen, um sie erforschen zu können. Zunächst mal die Frage, wie kommt das GPS-Band an den Fuchs? Das ist tatsächlich der schwierige Teil an der Sache, weil man die Füchse dafür fangen muss und dann bekommen sie unter einer leichten Narkose diesen Sender angelegt. Und es ist nicht einfach, Füchse zu fangen, weil Fuchsfallen nicht artspezifisch sind. Das heißt, man fängt irgendwie alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und fährt ständig raus. Und genau, wenn man den Fuchs dann hat, dann hat man Glück gehabt, aber man verbringt sehr viele Nächte damit. Sehr müde, sehr nass, sehr verfroren, irgendwo mitten in Berlin zu stehen und Arten rauszulassen, die man gar nicht fangen wollte. Also zum Beispiel, wer ist da drin dann plötzlich? Ach, da sitzen dann Igel oder Eichhörnchen, Steinmarder, Nebelkrähen, Elstern. Und du hast neben deinem Bett so eine Alarmanlage, das heißt, wenn der in die Falle geht, irgendwo im Wedding und du wohnst irgendwie 20 Kilometer weiter raus nachts, auch wenn es drei Uhr ist und Falle auf und da ist das Eichhörnchen drin, oder? Genau, also ich habe dann einen Alarm, der aufs Handy geht und mich dann weckt, wenn ich nicht sowieso schon wach liege, weil man ja dann auch angespannt ist und ständig darauf wartet. Und natürlich ist das meistens dann schön weit weg am anderen Ende der Stadt, gerade wenn es so drei Uhr nachts ist und gerade kalt ist. Genau, und dann fährt man eben da hin und dann baut sich in mir so eine Vorfreude auf und ja, so eine... Und dann ist es mal so ein tolles Gefühl, wenn man da aufmacht und man sieht diesen Fuchs da wirklich so... Ja, aber nachts mitten im Wald ist es ja auch nicht ganz, also, oder irgendwie in der Parkanlage ist es ja auch nicht, du bist ja auch mutig. Naja, also das ist ja in der Stadt Berlin und das ist jetzt nicht so, dass ich da mitten im Nirgendwo bin. Die Fallen, die so auf Friedhöfen standen, so nachts auf dem Friedhof, da haben die Leute oft gesagt, so, das war doch bestimmt unangenehm, aber ich hatte immer meinen Hund dabei, da habe ich mich immer sicher behütet gefühlt. Es gibt einen Fuchs im Schloss Bellevue, beim Bundespräsidenten. Ja. Der hat sogar einen Namen, glaube ich. Nee, Paul, Paul hieß das Erd... Pauli hieß das Erdhäunchen, oder? Das Eichhäunchen, genau, das war ganz nett, weil wenn man, dazu muss man wissen, der Park vom Schloss Bellevue, der ist nicht öffentlich zugänglich. Das gehört ja zu dem Bundespräsidialamt und man muss durch so eine Sicherheitsschleuse durch und ich fahre dann da mitten in der Nacht hin und dann sitzen da so ein paar müde Beamte und kontrollieren mich und meinen Ausweis und so weiter. Und dann, das lief so im Nebensatz, da sitzen ein paar müde Beamte. Ja, ein paar müde Beamte. Na, das ist ja auch anstrengend, so eine ganze Nacht aufpassen zu müssen. Und dann bin ich zu meiner Falle gefahren und dann war in dem Fall eben nur ein Eichhörnchen drin. Ich habe alles wieder vorbereitet, scharf gemacht, dass sich die Falle wieder fängisch gestellt ist und fahre raus und will mich verabschieden und nehme meinen Ausweis wieder entgegen. Und dann fragte mich der Beamte, und war es ein Fuchs? Und dann meinte ich, nee, nee, war nur ein Eichhörnchen. Und dann sagt er, ach, der Paul. Der Paul. Ich habe wieder eine Frage. Ja, natürlich. Ist der Titel Ihres Buches von John Steinbeck abgeleitet? Tatsächlich mag ich das Buch, aber es ist nicht davon direkt abgeleitet. Es ging tatsächlich eher darum, dass mir im Lauf des Schreibens immer mehr klar geworden ist, dass ich nicht nur über Füchse, sondern auch über Menschen schreibe. Und die Beziehungen, die die beiden miteinander haben. Und irgendwie hat das besser gepasst als ein rein Fuchs-spezifischer Titel. Aber die Frage ist interessant und deine Antwort auch, weil wir unser Verhältnis zum Fuchs wie zum Tier ja ohnehin verändert haben. Wir haben das früher als, das Wort Nutztier ist ja so ein furchtbares Wort, aber wir haben durch die Verhaltensforschung gelernt, dass die Tiere eben auch traurig sein können, Angst haben. Wir sehen heute Tiere anders. Sicherlich eine Sache, die du begrüßt. Ja, mit Sicherheit. Also auch weil, das kann natürlich auch manchmal so ein bisschen über die Stränge schlagen und es wird auch viel romantisiert und so weiter. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber weg von diesem reinen Utilitarismus, in dem alles nur dafür da ist, den Menschen zu dienen, ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die uns auch hilft, diesen Planeten und die Arten, von denen ja viele massiv bedroht sind, besser zu schützen. Weil nur wenn wir uns da reinversetzen können und auch verstehen, dass auch andere Lebewesen komplex und wertvoll sind und so komplexen Emotionen fähig und so, dann können wir Empathie empfinden. Und vielleicht hilft uns diese Empathie endlich, bessere Entscheidungen zu treffen für unsere Umwelt. Und nicht so viele Tiere zu essen. Du hast 17 Füchse mit einem GPS-Halsband ausgestattet sozusagen. Wie viel leben davon noch? Tatsächlich weiß ich es nur von einer, dass sie noch lebt. Die meisten sind im Laufe des Projekts tatsächlich gestorben. Weil sie überfahren werden? Ja. Weil sie Geschwindigkeit falsch einschätzen von Autos? Das wundert eigentlich, weil sie so geschickt und raffiniert wirken. Aber schnell fahrende Autos können sie nicht einschätzen? Sie treffen so eine Art falsche Bewertung der Risiken. Also sie meiden den Menschen überall und schreiben dem Menschen ein relativ hohes, direktes Risiko zu. Deswegen meidet der Fuchs dann, wenn er irgendwie eine längere Strecke zurücklegen möchte, die Anwohnerstraße, weil er der Menschen begegnen könnte. Und stattdessen nimmt er die S-Bahn-Trasse. Und die ist natürlich viel gefährlicher. Na klar. Aber dadurch, dass keine Menschen da sind, glaubt er zumindest, sie wäre sicher. Jetzt wird's spannend. Der Jörg wohnt eher am Stadtrand und ich wohne eher in der Stadtmitte in Hamburg. Das heißt, wir erleben mit unseren Familien völlig andere Füchse. Ich habe gelernt durch die Lektüre deines Buches, es gibt den Landfuchs, der die Stadt verschmäht. Und es gibt den Stadtfuchs, der das Land verschmäht. Und die mischen sich auch nicht. Das stimmt doch, ne? Ich habe das für Berlin untersucht, ja. Ob es das in jeder Stadt so ist, kann ich nicht sagen. Meinst du, der Hamburger Fuchs hat sich das da ein bisschen anders? Der macht sich stadtfeind, weißt du. Der geht auch mal in die Stadt. Ja, so. Ja, aber in Berlin ist es so, ne? Genau, ich habe genetische Untersuchungen gemacht, bei denen ich eben geschaut habe, ob sich das Erbgut zwischen den Füchsen im Umland von Berlin in Brandenburg und innerhalb der Stadt unterscheidet. Und da sieht man dann eben ganz schön, dass die Stadtfüchse sich offensichtlich mehr untereinander paaren als mit ihren Kollegen im Umland, weil sich eben genetische Unterschiede entwickeln. Der Stadtfuchs hat ja auch eine ganz andere Perspektive. Der hat ja eine ganz andere, der hatte ein ganz anderes Nachtleben auch als der Landfuchs. Also wenn der Landfuchs in die Stadt möchte, fährt der Bus. Also was fand ich besonders komisch zu erfahren in der Recherche, dass Füchse versuchen, den Nahverkehrsbus zu nehmen für die Überwindung größerer Strecken. Ich glaube, gezielt einsetzen tun sie es nicht. Aber es kommt halt immer wieder vor tatsächlich in der Stadt. Allerdings würde ihn tatsächlich eben gerade nicht der Landfuchs benutzen, weil die haben nämlich noch mehr Angst vor Menschen und meiden ihn. Und das macht eben gerade den Stadtfuchs so ein bisschen aus, dass er einfach ein bisschen taffer ist und mit diesen Reizen besser umgehen kann. Da ist ein Fuchs in den Bus gestiegen, um das mal deutlich zu sagen. Oder was hat er gemacht? Genau, also es gibt ein relativ bekanntes Foto sozusagen, was die BVG getwittert hat und viel Resonanz bekommen hatte, wo drei Füchse an der Bushaltestellen stehen und stehen, zwei stehen draußen und warten quasi in Reihe und Glied. Und der erste steht schon vorne im Bus und guckt den Busfahrer an. Alle Schwarzfahrer. Das hat sehr viel Resonanz bekommen und es gibt auch aus allen möglichen Städten auch Berichte von Füchsen, die halt in der U-Bahn sind und so weiter. Das ist aber natürlich kein gezieltes Nutzen vom öffentlichen Nahverkehr, sondern die erkunden halt. Und dann landen sie halt eben auch mal in einer U-Bahn oder in einem Bus. Woher kommt es eigentlich in den Märchenbüchern, Jörg, die wir früher gelesen haben? Da wird ja der Fuchs immer als listig, aber auch nicht unsympathisch. Es gibt ja so, auch Banken haben oft geworben, sei der Sparfuchs und so. Woher kommt es, dass wir dem Fuchs diese Charaktereigenschaften attestieren, schon in Kinderbüchern? Es ist ja sehr ambivalent. Es ist irgendwie Bewunderung und gleichzeitig Listigkeit ist ja jetzt kein feiner Charakterzug. Oder so verschlagen zu sein. Ich denke, das hat so ein bisschen was mit der Fuchs-Mensch-Geschichte zu tun, weil der Fuchs eben lange auch ein Konkurrent war um Nahrungsnutztiere sozusagen, um Geflügel. Und damit eben auch einen schlechten Ruf hatte. Dann hat er sehr lange die Tollwut übertragen, vor der viele Menschen Angst hatten. Die zum Glück übrigens ausgerottet ist in Deutschland, das muss man nochmal ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite ist er aber eben schön und er ist irgendwie faszinierend, wenn einen diese gelben Augen anschauen. Und es ist ja wirklich einfach ein sehr ästhetisches Tier und Menschen mögen schöne Tiere. Und irgendwie ist man dann eben hin- und hergerissen als Mensch. Und ich denke, dieses ambivalente Image, das trägt er eben einfach schon immer mit sich herum. Du hast eben beiläufig erwähnt, dass die Tollwut, dass er kein Übertrager der Tollwut sei. Das ist aber die ganz zentrale Angst von ganz vielen Menschen. Das ist, du sagst, etwas, was sich hartnäckig hält, ein Gerücht, was aber nicht stimmt. Er ist theoretisch ein Überträger der Tollwut. Das hat er auch lange getan. Aber man hat durch Impfen die Tollwut beim Fuchs ausgerottet, durch gezielte Impfkampagnen. Und dadurch gilt Deutschland seit 2008 als Tollwut frei. Und es gibt auch andere Regionen. Berlin zum Beispiel hat schon seit 96 keine Tollwut mehr. Davon muss man sich also wirklich nicht mehr fürchten. Wir kennen es ja vom Wolf, der wiederum in unseren Märchen als der böse Wolf attestiert wird. Das kriegt er ja auch nicht los. Und dennoch wechselt ja das Image eines Tieres in der Betrachtung der Menschen über die Jahrzehnte und die Jahrhunderte. Heute gibt es viele Initiativen, die den Wolf auch wieder versuchen heimisch zu machen und so weiter. Hat sich denn der Blick auf den Fuchs verändert von uns Menschen in den letzten Jahrzehnten? Ich denke schon, ja. Also durch diese generelle Wandlung im Naturbild und dem Wissen darüber, über die Komplexität von Tieren, hat sich auch, davon hat auch der Fuchs profitiert. Und tatsächlich ist er auch so ein bisschen ein Modephänomen. Also man sieht ja überall Fuchsprints auch auf Kleidung, auf irgendwelche Alltagsgegenständen und so. Und damit wird er irgendwie präsenter bei den Menschen. Also wir haben auch eine Umfrage gemacht, eine repräsentative unter der Bevölkerung, wie die Menschen den Fuchs so sehen. Und tatsächlich ist ein Großteil der Bevölkerung dem Fuchs gegenüber sehr positiv eingestellt. Der Fuchs war für dich nicht nur ein Studienobjekt, sondern auch ein Tröster in schwerer Zeit. Wenn du darüber sprechen magst, warum war es so? Ich hatte nach meinem Studium angefangen, nach einer Doktorandenstelle zu suchen. Das ist so der nächste Schritt auf dem Wissenschaftsweg. Wenn der Master fertig ist, dann kommt der Doktor. Und dann bin ich krank geworden und hatte eine sehr schwere Krebserkrankung. Und auch, da war ich 26 und es war auch so, dass für mich nicht ganz klar war, ob ich noch 27 werde und ob ich noch viel sehe von der Welt. Und nach einer relativ heftigen Chemotherapie und einem relativ kurzen, aber heftigen Kampf kam dann sehr abrupt plötzlich diese Doktorarbeit, weil ich habe diese Stelle gesehen und ich fand das so spannend, dass ich mich bewerben wollte, obwohl ich eigentlich dazu körperlich noch nicht so richtig in der Lage war. und wurde dann zum Glück auch genommen. Und dann bin ich eben von dieser Pause in meinem Leben, diesem allem runtergefahren auf Überleben, in so ein Projekt gestolpert, in dem ich plötzlich nur Abenteuer hatte, von morgens bis abends. Ich hatte so viel zu tun, ich war so viel im Feld, ich habe so viele faszinierende Menschen auch getroffen im Laufe dieses Projekts. Und es gab auch mal so einen Schlüsselmoment, wo ich wirklich im Feld saß und einen Fuchs beobachtet habe und ich hatte an dem Tag irgendwie morgens einen Künstler kennengelernt und irgendwie mit allen möglichen Leuten gesprochen. Es war wieder so ein Tag, der einfach total ereignisreich war und bewegend und so. Und ich saß da und habe dieses Bild vor mir gehabt und habe einfach nur gedacht, das hättest du verpasst. Ja, ja. Also ich darf dir sagen, wo steht die Doktorarbeit jetzt? Ich bin fertig. Also du bist jetzt Frau Doktor schon? Nein, ich muss sie verteidigen. Du musst sie verteidigen, also du musst in ein Rigorosum oder musst in das Mündliche oder was ist das? Ich muss vor einer Kommission aus fünf Professoren Rede und Antwort stehen über meine Forschung. Also nach der sind wir jetzt. Und wir werden den Plakatsjäger noch überstehen. Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind sicher, dass da nichts abgeschrieben ist. Das Problem haben wir ja als Naturwissenschaftler nicht so sehr, weil ich habe ja selber geforscht und Daten ausgewertet. Ich kann ja gar nichts abschreiben. Du musst nur gucken, wer hinterher bei dir abschreibt. Und der sitzt meistens in der Politik. Das stimmt. Sophia, das war ein sehr spannendes Gespräch. Du hast uns die Welt der Füße eigentlich für viel, vielen Dank für viel erkennt. Ich glaube, das ist das, was wir auch, die wir so zuhören, so bewundernswert finden, wenn man für eine Sache so sehr brennt. Und unser nächster Gast hat auch sein halbes Leben wirklich gebrannt für eine Sache, die er machen wollte, die er jetzt getan hat. In 80 Tagen um die Welt. Bei vielen denken er sofort natürlich an Jules Verne oder an eine Luxuskreuzfahrt. Bei ihm war es ganz anders. Alleine 44.000 Kilometer mit einem Segelboot. Und das auch noch bei der Regatta. Also sprich, es ging um Geschwindigkeit um die Welt. Er ist bei uns, Boris Herrmann. Ich habe, als ich das Buch jetzt nochmal gelesen habe, um die ganze Geschichte, ging ja nicht um die Regatta, es geht ja auch um alles, was davor ist, was auch danach kommt. Und, und, und. Neid war bei mir ein Gefühl, was ich hatte. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte aber auch so ein bisschen Panik, weil es auch Sachen passieren, die möchte man selber gar nicht erleben. bis wirklich absoluter Bewunderung. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, so ein Lebensziel, diese Regatta einmal zu fahren. Wie lange gibt es diesen Wunsch schon? Ich glaube, ungefähr 16 war ich, als ich mit Faszination Filme gesehen habe, Bücher gelesen habe über diese Regatta. Und dann hat man noch nicht so ein Ziel, dass man denkt, das will ich jetzt, oder gesteht sich ja auch nicht zu. So ein Traum entsteht über die Jahre und konkretisiert sich. Und dass man dann wirklich sagt, ich will das unbedingt. Das war vielleicht dann die letzten zehn Jahre, wo das ein konkretes Projekt war. Man muss ja sagen, man kann ja nicht einfach sagen, ich fahre da nächstes Jahr mal mit, sondern das ist eine Vorbereitung, das ist ein Hochleistungssport, das ist Hightech, alles was dran ist. Aber gucken wir vielleicht erstmal auf dem Globus. Wir haben es parallel auch vorbereitet als Video, von wo bis wo ging diese Regatta? Also es ging hier los in Frankreich und im Prinzip fährt man dann den Atlantik nach Süden und umsegelt dann eigentlich den Südpol. Also kommt hier im Atlantik im Süden raus, fährt dann immer nach Osten, weil hier unten meistens Westwinde sind, umrundet die Antarktis und kommt dann an Cap Horn wieder raus und fährt dann im Atlantik wieder nach Norden. Also zweimal im Kap, wo ja jeder Segler schon Angst davor hat. Ist eigentlich bei der Vorbereitung, das ist ja jetzt ein Jahr her, dass es kurz davor war, dass es losging überhaupt, auch mal im Vorwege Angst, schaffe ich das, mir könnte was passieren, es ist ja auch nicht ungefährlich. Gibt es sowas wie Angst? Ja klar, Angst hat man ja im Leben immer, oder ich zumindest, wegen aller möglichen Dinge. Vielleicht bei der Schulprüfung, beim Fernsehauftritt, vielleicht jetzt nicht heute, aber bei allen möglichen Dingen. Und hier natürlich die stärkste Angst ist, dass irgendwas schief geht, dass man diesen Traum und auch dieses Projekt, und dass man selber, aber das ganze Team, alle Unterstützer, so viel Arbeit gesteckt haben, dass es irgendwie nicht zum Ziel kommen kann, dass man vielleicht nicht die Strecke schafft und dass man einfach nicht ankommt. Und das ist die eigentliche Angst. Die Angst ist jetzt nicht, dass die große Monsterwelle, das würden Sie ja natürlich jetzt am liebsten hören, dass da die Zehnmeterwelle über mir zusammenbricht und ich dann vor Angst zitternd am Boden liege oder die Meeresschlangen vor mir aus dem Meer kommen oder sowas. Also diese Angst ist eher die Angst, einfach nicht zum sportlichen Erfolg zu kommen. Aber man muss ja mal sagen, man ist dort draußen komplett alleine, alleine auf einem Boot. Es wird nachts, und wir wissen, wenn kein Licht da ist, ist eine Nacht stockdunkel. Du bist auf dem Boot, du kannst dich nicht in die Koje legen, sagen, ich schlafe jetzt mal acht Stunden, sondern du musst ja die ganze Zeit im Grunde genommen in Hauptachtstellung sein. Und dann, wenn dann solche Wellen kommen, und es sind ja Stürme da gewesen, was waren die maximalen Windstärken, die Sie erlebt haben? Eine Buffoorskala kenne ich mich gar nicht so aus, aber wir hatten ja so einen, am Anfang fuhren wir hier runter in Madeira vorbei, da hatten wir dann einen tropischen Wirbelsturm. Teta hieß der, der da auch zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit aufkreuzte, und der hatte Windstärken bis zu zwölf Buffoor im Zentrum. Das haben wir dann gemieden, da sind wir drum herumgefahren. Und dann ist es das Vertrauen in das eigene Können, ins Material, dass man dann auch keine Angst hat, dass da was passieren könnte? Doch, klar. Ich hatte dann Angst, dass, man hat immer zwei Ängste. Die eine Angst ist, das Rennen nicht zu beenden, die andere Angst ist, das Rennen nicht zu gewinnen. Und das Beide steht im diametralen Gegensatz. Man kann das Rennen nur gewinnen, wenn man es beendet. Man kann das Rennen aber nur beenden, wenn man auch vorsichtig genug segelt. Wenn man aber zu vorsichtig segelt, kann man es nicht gewinnen. Das ist dieser innere Wettstreit, den man die ganze Zeit während dieser Regatta hat. Und bei diesem Sturm war es so, dass der schnellste Weg hätte direkt durchs Zentrum geführt. Hier relativ am Anfang, am Ende der ersten Woche des Rennens, hätte man das Rennen eigentlich für sich schon entscheiden können, wenn man einfach mutig ins Zentrum gefahren wäre. Aber mutig ist eine zweischneidige Sache. Das heißt auch, das Material zu riskieren. Und dann kann auch alles sofort zu Ende sein. Und das riskiert man nicht nach zehn Jahren harter Arbeit an so einem Projekt. Dann fährt man den Hals, man fährt weg von dem, fährt 90 Grad zur eigentlichen Kurslinie, fährt erst mal ein, zwei Tage weg, fährt einen riesigen Bogen. Das hat die Mehrzahl der Flotte dann auch so gemacht. Wir haben auch ein paar Bilder. Wir können auch darüber gerne sprechen, damit man mal ein Gefühl bekommt, was war da eigentlich los, wie läuft das eigentlich? Sagen Sie einfach was dazu. Hier sind die Bilder. Start of the Vendee Globe 2020 for one of the toughest sports events. Buklein Vendee Globe, c'est une victoire. Terminé sur le podium est un exploit. Ich bin Boris Herrmann, ich segle alleine einmal um die Welt. Non stop. Ich bin Boris Herrmann, Ich glaube, die größer ist als bei der typischen Handelsflotte, bei diesen Containerschiffen, die auch schon ziemlich schön sind. Wahnsinn. Wie kann ich mir denn so... Kann so ein Ding umkippen, so ein Boot? Das kann auf die Seite gekippt werden, durch den Wind hat er bei unten einen Kiel mit Gegengewicht und richtet sich dadurch im besten Fall wieder auf. Wenn jetzt eine riesige Welle kommt, könnte es auch über Kopf gedreht werden. Dann kann man von innen den Kiel zur Seite schwenken und das Boot dann wieder... Ist dir das mal passiert? Zurückdrehen, wenn sowas passieren würde, dann wäre garantiert der Mast kaputt oder abgebrochen und das Boot dann schwer beschädigt. Und das würde eigentlich nur dann passieren, wenn man wirklich in die Mitte von so einem ganz schlimmen Sturm fahren würde, wo riesige Wellen brechen und sozusagen dann wirklich das Schiff so überrollen. Die Schiffe sind aber recht schnell. In der Schule. Wieder zu laden. Ich habe auch noch eine Frage. Ja, bitte. Mach ich gut, ne? Super. Das kenne ich nämlich von der Schule. Man muss, wenn ein neuer Lehrer kommt, direkt eine Frage stellen, dann hat man für den Rest der Stunde Ruhe. Auf unserer Internet-Lernplattform, von der wir eben gesprochen haben, Meet Your Master, da macht unter anderem der Reinhold Messner einen Kurs über Motivation. Und der hat etwas ganz Tolles gesagt. Sagt ihr was, ne? Der die 8000er ohne Sauerstoff alleine auch bestiegen hat. Und der hat etwas gesagt, was mich sehr fasziniert hat. Wenn man dann so auf 7000 Meter Höhe mal drei Tage übernachten muss, weil es stürmt und man ist alleine, dann kann man die Angst nicht teilen, weil man eben alleine ist mit anderen. Und das ist sehr hart. Aber was noch härter für ihn war, war die Freude nicht zu teilen, wenn man so Erfolgserlebnisse hat. Könntest du das bestätigen? Eigentlich nicht, denn ich bin zwar physisch alleine auf diesem Boot, aber viele Menschen begleiten mich und ich spüre auch deren Energie irgendwie. Ja, so, du empfindest es. Wir haben so ein Satelliten-Funksystem auf diesem Schiff und ich kann Videos auch schicken, selber aufnehmen, in die Kamera sprechen und kann unmittelbar teilen, was da ist. Okay, okay. Dann ist das ein bisschen was anderes. Man muss wirklich sagen, das war ja auch online alles wunderbar zu begleiten. Das war ja wirklich, man war elektrisiert, wenn man sich diese Bilder angeschaut hat. Wir sehen hier ein Bild, da sitzt du in deinem Boot, das ist dein Arbeitsplatz. Kann man sich das so vorstellen? Ja genau, es geht bei einem Rennboot immer darum, dass es auch möglichst leicht bleibt und deswegen gibt es dort keine Sofaecke oder solche Dinge, keinen großen Komfort. Das ist diese kleine Topfpflanze hier, dieser kleine Kaktus war sozusagen so ein kleines Zugeständnis, dass man sich erinnert, dass man irgendwo auch noch Mensch ist und eine kleine Flasche Whisky gab es irgendwo in der Ecke, dass man dann an Kap Horn sich so einen kleinen Schluck, natürlich auch nautische Tradition. Das ist die Schlafposition dort, aber wie lange konntest du maximal schlafen? Also man kann, wenn man da jetzt so gemütlich langfahren wollte, einfach nur das schaffen wollte ins Ziel, dann könnte man auch länger schlafen. Aber es geht ja hier um einen Wettkampf und um das Schiff jederzeit dem Wind optimal anzupassen und den sich ständig ändernden Bedingungen von Wellen, Wind und der Wettkampfsituation und der neuen Wettervorhersage, schläft man eigentlich nie länger als eine Stunde. Aber oft schläft man auch nur fünf Minuten, zehn Minuten, wenn man denn überhaupt schlafen kann. Kann man das im Vorwege trainieren? Ja, ja. Ich habe das schon, ich habe ja schon vorher viel gesegelt und auch schon als Jugendlicher, da musste ich mal irgendwann Zivildienst machen und habe dann meine Zivildienststellenleiterin gebeten, oder habe ja gesagt, ich bereite mich vor auf ein Rennen, das ist nach dem Zivildienst, findet das statt, habe schon das Boot vorbereitet und ich möchte gerne mein Schlaftraining machen und muss, ich kann gerne abends länger bleiben, aber ich muss dreimal am Tag 20 Minuten schlafen, um das zu üben. Das wurde dann nicht so positiv aufgenommen. Deswegen war dann meine Notlösung bei meinen ganzen Fahrdiensten zu versuchen, an der roten Ampel einzuschlafen, bis Autos hinter mir aufwecken, aber das kann man wirklich trainieren durch autogenes Training und Selbsthypnose zu versuchen, in kürzester Zeit einzuschlafen. Das heißt, über 80 Tage nie länger als eine Stunde am Stück geschlafen, da war ganz deutlich so... Aber es gibt doch diese Folter, wo man immer wieder aufgewickelt wird, wenn man gerade einschläft. Also das ist ja extremst ungesund eigentlich. Wir sind als Menschen polyphasische Schläfer, hat mir mein Schlafarzt damals schon einen Vortrag gehalten, es ist ja auch ganz kurios, es gab eine Geschichte, dass man von der Genetik her, wir früher als Jäger und Sammler waren jederzeit bereit, in unserer Evolutionsgeschichte wegzurennen vor Gefahren und wie andere Tiere, Füchse auch, Katzen und so weiter, ich weiß nicht, Sie sind Biologin, Sie können das vielleicht besser erklären, das Säugetier mit der kürzesten Schlafphase ist irgendwie so ein Flussdelfin in Vietnam, der in den Stromstellen ständig aufpassen muss, nicht wegzutreiben, der kann dann so ein paar Sekunden schlafen. Nee, aber wenn wir mehr als 15 Minuten schlafen, dann kann das regenerativ sein, das können wir über sehr lange Zeit durchhalten, ohne unsere Leistungsfähigkeit zu machen. Wie sieht denn Boardservice aus? Darf ich nur eine Sache fragen? Könntest du dir vorstellen, oder hast du mal, während du da so gesegelt bist, an die alten Wikinger gedacht, also mit so einem Boot so eine Tour zu machen, hast du mal drin gedacht? Ich meine, die haben das... Der Torheier da. Ja, der Torheier da. Hast du mal, hättest du Lust, so etwas mal zu machen? Na, gegenüber solchen Haudegen, so stelle ich mir die vor damals, die Leute, was ich besonders toll fand, waren Geschichten, die als ich Kind gelesen habe, über Wikinger, die hatten Schleppbier, wenn sie dann diese Wikingerboote über die Sandbänke bei Niedrigwasser zusammen rüberziehen mussten, dann gab es Schleppbier. Das hat schon damals gezeigt, irgendwie Alkohol und Seefahrt, das hat immer irgendwie eine gewisse zwingende Verbindung. Aber Insider haben mir gesteckt, dass du weniger Alkohol an Bord hattest als die französischen Mitsegler. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die gemacht haben. Es ist eigentlich eher verpönt, natürlich auf einem Boot was zu trinken, vor allem, wenn man eigentlich bei einem Hochleistungssport unterwegs ist. Aber für mich ist es eine Tradition, es war ja meine vierte Weltumsegelung an jedem Kap, es ist die Route der drei Kaps. Kap Horn ist das berühmteste dieser Kaps, das Kap der guten Hoffnung ist auch dabei. An diesem Kap gibt es einen kleinen Schluck, es gibt auch einen Schluck für Erasmus, das ist eigentlich unser Meeresgott hier im Norden, der allgemeine Volksmund spricht eher von Neptun. Für mich als Kind von der Nordsee ist es Erasmus, das ist auch der Gott der Wikinger gewesen. Und man muss die Götter auch wohlgesonnen stimmen und deswegen auch immer einen kleinen Schluck ins Meer schütten. Ich habe gerade über Bordservice gesprochen, also Alkohol, nein, nur mal einen kleinen Schluck. Essen, wovon hast du dich ernährt? Du hast ja das Trockennahrung oder was gibt es da? Genau, also es gibt, wenn man jetzt, sage ich mal, in so einen Trekkingladen geht, um sich für so eine Wandertour vorzubereiten, kann man das Zeug da auch kaufen. Das sind solche Tüten, die man aufreißt, heißes Wasser reingießt und das umrührt und dann rehydriert man gefriergetrocknetes Essen. Gefriergetrocknet heißes Wasser wird da raus, irgendwie durch so einen Vorgang rausgenommen und dadurch wird es sehr leicht. Und dann habe ich noch eine andere Art von Essen, das einfach nur in Vakuum eingeschweißt ist, was seine natürliche Konsistenz noch hat, wo auch ein Stück von Kartoffeln drin sein kann. Und mein Luxus war, dass ich das halb und halb aufgeteilt habe. Und andere Konkurrenten, die noch mehr auf Gewichtsersparnis geachtet haben, haben vielleicht nur das gefriergetrocknete Essen. Ich glaube, insgesamt waren es 130 Kilo an Proviant, die ich jetzt... Für 80 Tage? Das ist ja gar nichts. Es gab ein technisches Problem, kann man sagen, wo es wirklich... Aber auch davor war zu sagen, geht es überhaupt weiter? Der Mast, da war ein Fehler. Was war da passiert? Man sagt eigentlich beim Vendée Globe, une en masse par jour. Das ist ja ein französisches Rennen, die meisten Teilnehmer sind Franzosen. Ein großes Problem pro Tag wird einem entgegengeschleudert. Und man muss irgendwie sehen, wie man damit klarkommt. Und hier an diesem Tag hatte ich ein Segel, was ich nicht bergen konnte, kurz vorm Einfahren in diese brüllenden 40er in das Südmeer, was normalerweise von Stürmen geprägt ist. Hier bin ich noch in einem relativ ruhigen Wind an diesem Abend. Aber man sieht schon die dunklen Wolken, die auf mich zukommen, wo dann der Wind wenige Stunden später einsetzt. Und ich musste die Segel unbedingt runterkriegen. Das ist aber am Mast, habe in diesem Haken-System, in diesem Klemm-System verhakt. Und die Schwierigkeit ist dann, da hochzukommen. Normalerweise würde man so einen Fall nehmen, die Leine, die in den Mast geht. Aber da hängt ja nun schon das Segel. Also es ist gar keine Möglichkeit, sich da jetzt gut zu sichern. Das heißt, ich muss dann sozusagen wie so ein Bergsteiger wirklich irgendwelche Karabinerhaken einklemmen. Wie hoch ist das, bis du ganz oben bist? 30, ein bisschen über 30 Meter. Man muss sich vorstellen, 30 Meter, wenn es unten ein bisschen schaukelt, dann sind das oben schon Meter, die das ausschlägt. Ein paar Meter, oder? Ja, ja, also ich habe auch noch Höhenangst zu dem. Nein! Nein! Ich bereite. Also du beschreibst das ja auch in dem Buch wirklich beeindruckend. Höhenangst da hoch. Du weißt, wenn ich jetzt einmal runtergucke, ist es im Grunde mein Ende, ne? Man muss in so einem Moment einfach funktionieren und dann schaltet man um, dann ist Adrenalin da. Wir haben das natürlich auch, man bereitet so ein Rennen, wir haben das konkret über vier Jahre vorbereitet. Natürlich auch den Notfall, dass ich in den Mast klettern muss, wobei ich ehrlich gestehen muss, ich habe es meistens versucht, da auf dieses untere Drittel des Mastes meine Kletterübungen zu reduzieren. Und nun wusste ich im Prinzip, wie es geht, aber musste halt wirklich tatsächlich alleine auf mehr als 2000 Kilometer vom Land entfernt dort hochklettern. Und so ein ganz komischer Reflex war zu sagen, mein Mobiltelefon, was ja über die Bordsatellitenanlage mit dem Land verbunden ist, tue ich mal in die Tasche, wer weiß, was da oben passiert. Gab es irgendwo mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich hätte diese Reise vielleicht doch nicht machen sollen? Wo die Angst so groß war, dass du gesagt hast, warum habe ich es gemacht? Es gibt ein Zitat in dem Buch, wo eine Nachricht von mir zitiert wird, wo ich darum gebeten habe, mich daran zu erinnern, das nie wieder zu tun. Und natürlich in dem Moment, wo man über die Ziellinie fährt, spricht man über nichts anderes als das nächste Mal. Aber das... Der Moment, wann war das? Was war da? Die meiste Zeit dort in diesen kalten, rauen Südmeeren habe ich das verflucht. Und vor allem das Alleinsein ist hart, aber auch dieser Stress zwischen dem Wettkampf gut sein wollen, aber das Rennen zu Ende bringen wollen und die Situation dort ist es graben. Oh, es ist kalt, es ist nass. Man ist weit weg und denkt, es ist irgendwie toll, dass ich hier bin, aber bloß nicht nochmal. Man muss sagen, es war ganz dramatisch, ein Mitsegler ist auch dann wirklich über Bord gegangen, musste gerettet werden. Du hast dich an der Rettungsaktion auch beteiligt, Kevin Escovier, er wurde zum Glück auch gefunden. Du hast dann wahnsinnig viel Zeit aufgeholt, warst irgendwann Zweitplatzierter, Chance auf Gesamtsieg und dann kam noch eine Kollision kurz vorm Ende, bist mit einem Boot zusammengestoßen, bist aber dann noch Fünfter geworden, was ein riesengroßer Erfolg war. Jetzt muss man aber sagen, bei aller Sportlichkeit, bei allem Hochweifensport, hier ist es auch ein wichtiges Anliegen, auch auf den Umweltschutzaspekt, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Was machst du denn? Ja, wir haben bei diesem Rennen Ozeandaten gesammelt, wir haben ein Labor, was wasserpermanent pumpt und automatisch misst, wie hoch die CO2-Konzentration in den Ozeanen ist. Die CO2-Konzentration steigt an, Klimawandel in der Atmosphäre, die Ozeane nehmen ein Drittel des menschengemachten CO2 auf, deswegen steigt auch die CO2-Konzentration in den Ozeanen. Aber dort ist es deutlich schwieriger, die genauen Vorgänge zu verstehen und zu modellieren, weil es über 100 Jahre dauert, bis es zum Beispiel in die Tiefe geht und auch bestimmte Meeresströmungen gehen um den gesamten Planeten und brauchen zum Teil über 100 Jahre. Es gibt sehr wenige Daten, dort unten rund um die Antarktis wird 70, absorbieren die Ozeane 70 Prozent des CO2, was sie insgesamt aufnehmen, dort ist es kalt, tiefer, riesige Meeresfelder oder das große Meer und dort unten fahren aber keine Handelsschiffe, deswegen gibt es dort keine Daten. Und wir haben halt diese Daten mitgebracht, aber außerdem haben wir eine Art Botschaft mit unserem Boot verknüpft und auf die Segel geschrieben, a race we must win, climate action now. Wir sind in einem Wettlauf gegen die Zeit bei dem Thema Klimawandel und verknüpfen sozusagen diese Hilfestellung für die Wissenschaft mit dem Appell, mit dem Aufruf und wollen inspirieren, mit unserem Sportgeist, auch vielleicht mit dieser Erfahrung zu merken, wenn man an so einen Traum glaubt und ihn sein Leben lang verfolgt, dann kann man auch das Unmögliche möglich machen und auch die größten Hindernisse überwinden. Du hast eine Tochter, die ist anderthalb Jahre alt. Was sagst du ihr denn, wenn sie in 10, 15, 20 Jahren ankommt und sagt, Papa, ich möchte bei dem Rennen auch teilnehmen? Also ich würde es so handhaben, glaube ich, wie meine Eltern und so wie Sie das beschrieben haben, bloß nicht sich den Träumen, Wünschen oder auch den Ambitionen der Kinder in den Weg stellen, sondern sie dabei... Würden Sie es nochmal machen, das Rennen? Ich habe es vor, nochmal zu machen. Wir bauen gerade ein neues Schiff, wir bereiten es gerade vor, dort nochmal anzutreten. Wir wünschen viel Erfolg und tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, seinen Durchbruch als Sänger hatte er mit dem Mega-Hit Rooftops vor vier Jahren. Er singt auf Englisch und er singt so gut auf Englisch, dass viele ihn für einen Anglo-Amerikaner halten. Dabei ist er in Bremen geboren, in Mallorca aufgewachsen und jetzt wohnt er in Berlin. Wir freuen uns auf Nico Santos. Nico, du sprichst Spanisch, du sprichst aber auch Mallorquin. Das ist sehr ungewöhnlich, ist eine sehr schwierig zu erlernende Sprache. Du sprichst Deutsch und Englisch und auch sehr, sehr gut, eben sehr, sehr gut Englisch mit dem American Accent. Woher kommt es, dass du so akzentfrei diese Sprache sprichst? Englisch? Ja. Ich habe mir damals, als ich 14 war, glaube ich, habe ich mir gedacht, wenn ich es irgendwann mal, ja, ich sage mal, in irgendein englischsprachiges Land schaffe, dann will ich nicht, dass sie sagen, oh, der klingt ja aber genauso wie so ein Deutscher, der Englisch spricht. Ja. Deswegen habe ich immer die ganzen Interviews nachgesprochen von meinen Lieblingskünstlern, immer wieder einfach auch, also nicht nur die Musik, sondern einfach dann die Interviews, da habe ich irgendwie geguckt. Toll. Toll. Chris Brown und dem halt nachgesprochen. Wenn man sich mit dir beschäftigt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, dann merkt man, dieser Bursche ist ehrgeizig, im besten Sinne des Wortes. Auf einer Skala von 1 bis 10, der Ehrgeiz-Skala, wo würdest du dich da einordnen? 9,3 Viertel wahrscheinlich. Ja, schon 9, ja, stimmt, das passt so, 9, ja, will ich schon sagen. Ja, wie deine Karriere bisher verlaufen ist, schauen wir uns mal an, wir haben einen kleinen Film vorbereitet, danach führen wir das Gespräch. Dieser Mann kann sich glücklich schätzen, so gut in Sachen Passfeld posen zu können, denn ein stets aktueller Reisepass ist bei ihm definitiv nötig. Der Wellenbringsche Weltenbummler ist besonders, seitdem er vom Rooftop gerufen hat, international erfolgreich. Als Musikerfamilien und Melitta Manson kreierte der Mallorca Maniac früh eigene Klänge, zum Beispiel als Michael Jackson, Dubel. Zum Prince of Pop wurde der Ex-Animateur zunächst durchs Animieren anderer. Verlena, Helene Fischer, Marc Forster, Alvaro Soher und auch Roland Kaiser erstellte der frühere Kellner-Hit-Rezepte. Seitdem er selbst singt, verdient er seinen Künstlernamen, der Heilige. Mehr denn je, Nico Santos. Ganz kurz, ich muss dazu ergänzen, es wird immer so gesagt, ich schreibe Songs für, also ich schreibe, wenn dann die Songs mit. Mit, okay, Co-Writing. Genau, Co-Writer. Co-Writing. Du hast dich jetzt mal nach einer längeren Pause wieder zurückgemeldet mit End of Summer, einem neuen Hit. Und da beteiligst du, das wird ja auch durch den Film sehr deutlich, ihr seid eine sehr intakte, sehr musikalische Familie. Und bei diesem neuen Titel hast du auch deine Familie beteiligt. Warum hast du das getan? Ja, meine Familie, die wohnt, die wohnen alle auf Mallorca. Und klar, in der Corona-Zeit war das sehr, sehr schwer, sich zu sehen. Wir hatten auch vorgehabt, Weihnachten zusammen zu feiern, was eigentlich immer ein Ritual bei uns immer war, in Deutschland zu feiern. Weihnachten auf Mallorca kommt jetzt nicht so die ganz, die weihnachtliche Stimmung auf. Und das ging dann auch nicht. Also ich habe quasi meine Familie fast ein ganzes Jahr lang nicht gesehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo es wieder ging, habe ich das getan. War dann sehr, sehr oft dann auch auf Mallorca und dann wieder bei der Familie. Wir haben damals schon als Family Musik gemacht, als The Welly Family. The Welly Family. The Welly Family. Und genau, sind durch Dorffeste getingelt und haben Hotel California oder Nokia and Havestore gesungen und so, als ich zwölf Jahre alt war. Und irgendwann dachte ich mir, wie schön das ist, wenn wir zusammen Musik machen, wie schön das auch ist und wie sehr uns das noch mal mehr zusammen, ja, zusammenbringt. Und ja, das ist auch so schön irgendwie zu sehen, dass es gar keine Grenzen gibt. Mein Papa ist jetzt 76, Mama ist 18 Jahre jünger, meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich. Das gibt keine Grenzen irgendwie. Und Musik bringt trotzdem alle irgendwie zusammen. Ja, und dein Vater, der wird ja immer so ein bisschen auf den Militermann reduziert, wobei das ganz wunderbare Commercials waren damals in den 80er Jahren. Aber er ist Musiker, hat mit Roy Black lange gearbeitet, er ist übrigens aus dem niedersächsischen Wolfsburg, habe ich gesehen, er ist ein echter Niedersachsen, seine Mutter ist Gitarristin. Und wie das so aussieht, wenn die ganze Familie jampt, da gibt es eine Dokumentation, wir schauen uns das mal an, da merkt man richtig die Harmonie. Und wie das so aussieht. Schön. Der Jörg hat vorhin gesagt, es ist so schön, Menschen zu sehen wie Sophia und wie Boris, die sowas für eine Sache so brennen. Und das beneidet man natürlich auch immer dann, wenn man nicht geküsst worden ist von so einem Interesse. Gab es für dich je einen Plan B, einen beruflichen Plan B? Nee, ich glaube, also, nee, hatte ich wirklich nie, also seit dem Zeitpunkt, meine Eltern haben mir eine Michael-Jackson-Kassette gegeben, da war ich drei. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich will nur das eine machen. Klar, als junger Sechsjähriger guckst du auch Fußball und willst Profifußballer werden, zwei Jahre lang. Aber ich wusste auch, und das muss ich auch sagen, in unserer Schule war das auch, es war so, man wurde nicht zu etwas gezwungen. Damals, oder einer meiner Klassenkameraden ist der Bruder von Marco Asensio, der jetzt in Real Madrid einer der erfolgreichsten Spieler ist. Es wurde immer das gefördert, was man am besten konnte. Und es wurde auch nie das ausgeredet, oder mach mal lieber Abi und so. Also, ich will das niemanden ausreden. Aber auf jeden Fall, diese Talente wurden immer gefördert und es wurde auch nie irgendwie gesagt, ah, das glaubt nicht, dass das was wird oder so. Ja, Bedenkenträger gibt es immer. Aber Heiner, gab es das bei dir, dass, Heiner, hattest du einen anderen Plan B beruflich, als du dich so orientiert hast, was man machen könnte? Ich wollte mit elf Jahren eigentlich Schauspieler werden, auch. Auch später gab es nie einen ernstzunehmenden anderen Beruf, der dich interessiert hätte. Nicht wirklich. Hast du dich in der Ausbildung gemacht? Ja, ja, die habe ich meinem Vater zuliebe gemacht. Darf ich fragen, was war das? Installationslehre. Ich war drei Jahre auf dem Bau und sollte ja diese Firma übernehmen von meinem Vater. Aber das war irgendwie, ich bin da parallel schon zur Schauspielschule gegangen auch und so. Aber ich habe mal eine Frage. Ja, sehr gerne. Wenn du sagst, du arbeitest mit Helene Fischer zum Beispiel an dem Song, was machst du da? Machst du da die Musik oder Text oder beides? Nee, also bei deutschen Sachen mache ich keinen Text, dafür bin ich wirklich zu unerfahren mit der deutschen Sprache. Das ist Komposition. Machst du die Komposition? Genau. Ah, okay. Super. Zum Beispiel mit Helene ist ein Beispiel, also mit ihr war ich noch nie wirklich im Studio. Zum Beispiel der neue Song, der jetzt rausgekommen ist, also Vamos a Marte mit Luis Fonsi, der ist mir quasi zugeflogen. Den gab es schon auf Deutsch und da habe ich die spanische Übersetzung dafür gemacht. Ah, ja, okay. Und genau, aber sonst, ja, ist man meistens drin und das war auch, viele Songs sind entstanden, bevor ich noch Künstler war. Da war ich quasi nur und da hat mir einer mal gesagt, als Tipp, ey, das wird super, super lange dauern. Schreib einfach, schreib, sei unser Praktikant. Wir werden dich immer irgendwo mit reinschleusen. Haben ja viele angefangen so, ne? Ja, genau. Und dann irgendwann nimmt man dich auch wahr als Teil des Ganzen. Das ist ein Vorteil, wenn man nicht Schauspieler ist. Der Schauspieler braucht immer einen Produzenten oder einen Theaterintendant, der sagt, mach mal. Der Autor kann, oder der Maler kann schreiben und kann malen und eines Tages wird es vielleicht entdeckt. Das ist ein großer Vorteil. Was ich bei dir beeindruckend finde, du bist ja zwar aus einer sehr harmonischen Familie erwachsen, aber du bist nach Deutschland gekommen und die Familie konnte dich finanziell nicht unterstützen. Du bist wirklich sehr in Berlin auf dich selber gestellt gewesen und hat das dein Verhältnis zum Geld in einer gewissen Weise beeinflusst? Bist du vorsichtig vielleicht? Ich bin schon sehr sparsam. Ein Sparfuchs. Da ist ja wieder der Fuchs. Ein Sparfuchs. Aus Berlin. Halb aus Berlin. Stimmt, stimmt. Ich habe übrigens sehr viele Füchse in meiner Straße. Ich würde schon sagen, ich bin sparsam, ja. Gibt es irgendeines, ich bin das auch immer so, aber es gibt dann so bestimmte Luxusbereiche, wo man, das definiere ich dann für mich als Luxus, ja, jetzt nicht irgendwie ein alberner Porsche oder so, aber irgendwie, wo du sagst, ach, das, äh, äh. Dass ich gutes Essen. Ja, verstehe ich. Ja, dass ich nicht mehr, ich habe damals in Köln noch in der WG-Zeit, da habe ich wirklich eigentlich fast also gar nichts irgendwie bezahlt für Essen. Da habe ich wirklich mir in der Woche, habe ich mir alle Lidl, ähm, Fertiggerichte Es gibt doch noch alle Stipendien. Ja, genau, es gibt ja alles. Genau, es gibt alle Fertiggerichte für einen Euro geholt, die ich gefunden habe und so. Die anderen haben sich auch immer, haben sich immer lustig gemacht. Aber ich habe gesagt, ey, dafür habe ich aber mehr Geld für andere Sachen, für so Instrumente oder so. Darf ich noch, Frau Florian, was ist für dich Luxus? Luxus ist für mich eigentlich schon das Wissen, dass ich jederzeit sehr viel von dem machen könnte, was ich mir in meiner Kindheit und Jugend nie erträumt hätte. Also, das reicht mir eigentlich schon. Ich bin jetzt gar nicht so ein Luxustyp. Ich kaufe mal gerne einen neuen Anzug oder so und freue mich, wenn der sitzt. Aber mehr ist da eigentlich. Ich bin überhaupt kein Typ für Besonderheiten oder so. Aber schon dieses Wissen zu sagen, ja, es geht mir so gut, dass ich da leben kann, wo ich gerne leben möchte und dass ich so leben kann, wie ich will, das reicht mir eigentlich schon. Das war in meiner Kindheit nicht immer denkbar. Viktoria, hast du sowas, was für dich wirklich Luxus ist? Ich bin auch so wie ihr. Ich gebe viel Geld fürs Essen aus. Also, ich liebe gutes Essen. Wenn das auch Frauen sagen, ich gebe viel Geld fürs Essen, finde ich toll. Ja, ich auch. Ja, ja, das tue ich aber auch. Das heißt ja nicht, dass sie zwingend, dass sie für andere für Klamotten nicht viel haben. Wilco, du bist im letzten Jahr Coach bei der Musikshow gewesen, The Voice of Germany, gemeinsam mit Johannes Ernie, mit Sarah Connor, mit Mark Forster war auch noch dabei. Wer war so die harteste Gegnerin, der harteste Gegner? Wer hat es dir am schwersten gemacht? Also, sie sind ja, das wird ja jetzt gerade quasi gedreht. Ja, und ich würde mal sagen, man kann die Show schon irgendwie umbenennen in Sarah Connor und die anderen drei. Okay, weil das ist ein toughes Cookie. Es ist auf jeden Fall. Ich glaube, sie macht es uns nichts leicht. Das wird jetzt am 7. Oktober ist, kommt die erste Folge. Was hat sie, was die anderen nicht haben? Erstmal Sarah Connor. Ja, klar. Ich war schon Fan, da war ich zehn Jahre alt. Unfassbare Sängerin. Ja, unfassbare Sängerin. Wenn sie alleine, wenn sie einem Talent schon sagt, wollen wir einen Song zusammen singen, dann müssen wir gar nicht mehr kämpfen. Normalerweise gibt es ja die Coach-Fights. Und dann buhlt man um jemanden, ab da ist dann schon, dann sagst du, okay, wir warten auf den nächsten und so, geh mal zu Sarah. Also es ist schon, also die hat auch einfach eine Präsenz und also alle anderen Coaches sind auch wirklich wundervoll. Jeder hat seine, nee, ist wirklich, jeder hat seine Stärken, aber es ist halt Sarah Connor. Ja, ja. Einfach dazu auf Englisch und auf Deutsch zwei Karrieren quasi gehabt und ja, immer noch. Im rechtegetriebenen Geschäft ist es so, kein Filmproduzent weiß, ob es ein Kino-Hit wird, kein Buchautor weiß, ob es ein Bestseller wird, kein Komponist weiß, ob es ein Smash-Hit wird. Aber gibt es bei dir irgendein Gefühl, wenn du, du hast tausend Songs, tausend Songs komponiert, gibt es bei dir ein Gefühl, wo du sagst, da ist irgendeine Line drin, eine Formulierung drin, ein Rhythmus drin, das Ding müsste besser funktionieren als was anderes? Ja, irgendwann, ich glaube, im Studio entsteht so eine Euphorie und man freut sich, dass seinen Freunden, seiner Partnerin, der Familie, man freut sich ein bisschen mehr, diesen Song zu zeigen. Ich glaube, das ist schon ein guter Indiz, so dass das vielleicht ein guter Song sein könnte. Manchmal ist es dann doch genau das Gegenteil. Stichwort seine Partnerin. Du hast das erste Mal ein Liebeslied geschrieben, einen Love-Song geschrieben, von dem du sagst, der hat ein positives Ende. Wer hat dich dafür inspiriert? Ne, also, ja, es ist ein Song, den ich geschrieben habe von meiner Partnerin. Also, normalerweise schreibe ich Songs oft, die Texte auf die Melodie. Und da war es so, ich wusste ganz genau, wie ich den Song schreiben will. Ich hatte den quasi schon in mir drin. Ich wusste, dass die Strophen da drin sollen ein bisschen düsterer klingen, sollen die Vergangenheit von vergangenen Beziehungen sein, ein bisschen diese Zweifel, die man vielleicht in eine neue Beziehung mitbringt. Und der Chorus ist so, das hier und jetzt, wir haben uns gefunden. Jetzt hast du uns aber so den Mund wässrig gemacht, dass ich dich bitten würde, ich würde dich jetzt bitten, im Hinblick auf die Zeit, entschuldige, dich bitten, da schon mal zu deinem Arbeitsplatz zu gehen, weil über Musik reden ist das andere, Musik hören ist das zweifellos Bessere. So, ich darf dich also rüber bitten, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir eine Weltpremiere in Deutschland. Wir machen es nicht drunter, wir haben eine Weltpremiere, denn Nikos Santos singt für uns jetzt seinen neuen Hint, Would I Lie to You. Nikos! 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 Dankeschön! Nikos! 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 Das war, das war großartig! Live! Ja, live natürlich! Live! Ja, natürlich! Aber ich bin Heiner dankbar für die Frage. Und wer dich live erleben möchte, du gehst auf Tour, bist hier auch im Norden, ich nehme mal zwei Daten raus, wo du bist, in Osnabrück am 10.11. und in Hamburg am 17.11. Yes! Nikos Santos! Vielen Dank! Und ohne Frage ist auch eher live am besten, also das kann man wirklich sagen. Er parodiert, er moderiert, er provoziert auch gerne, das ist gut so. Es gibt ein neues Buch von ihm, was wirklich, sag ich vorher schon, mehr als lesenswert ist. Es befasst nämlich unsere gesamte Zeit eigentlich wunderbar zusammen. Schluss mit der Meinungsfreiheit. Florian Schröder sitzt und ist dran. Bevor ich mit Florian Schröder über Meinungsfreiheit und über Florian Schröder spreche, möchte ich mit Florian Schröder als Markus Lanz sprechen. Markus Lanz hat gerade den deutschen Fernsehpreis bekommen. Wie hätte Markus Lanz sich bedanken müssen? Ich möchte an der Stelle einfach mal sagen, freue mich sehr, dass ich diesen Preis bekommen habe, bin aber gleichzeitig an der Stelle nochmal nachhaken wollen. Jörg Pilawa, ein Moderator vom NDR, fragt mich an, wie ich mich hätte bedanken müssen. Frage mich, wie neidisch ist ein Jörg Pilawa? Dann sitzt er da und denkt sich, der Lanz kriegt den Preis, aber ich nicht. Denkt er sich, der Lanz, das Arschloch, soll endlich von der Bühne gehen, damit ich den Preis bekomme? Wie geht es Ihnen dabei? Genau so! Genau so! Ein anderes, sehr beliebtes Opfer auf jeden Fall ist der SPD-Gesundheitsexperte, wo man sich manchmal fragt, was hätte eigentlich Herr Lauterbach ohne Corona gemacht? Also der SPD-Gesundheitsexperte Herr Lauterbach, warum ist er so gut zu parodieren? Naja, das ist halt einfach diese großartige Art des Sprechens, also dieser rheinländische Akzent, ne? Und diese wahnsinnige Präsenz, wenn er dann wieder da sitzt und sagt, es gibt da so eine neue Studie. Es gibt da so eine neue Studie. Aber will ich kurz also vortragen? Haben wir Zeit? Herr Burkhardt, haben wir Zeit? Herr Tietjen? Ja. Also in Harvard hat man heraus, und das braucht Zeit, aber ich muss das erklären. Also im Grunde sind die Menschen schuld an der Pandemie. Also die Menschen sind das Problem, also nicht das Virus, sondern die Menschen, die sich wie Menschen verhalten. Das ist ein großes Problem. Und solange wir keinen Impfstoff gegen den Menschen haben, also wird die Pandemie also weitergehen. Das Schöne ist, also wenn man Menschen parodiert, ist ja immer die Frage, wie reagieren eigentlich Menschen darauf, dass sie parodiert werden? Und es gibt ja ein zum Glück filmisches Zeugnis, wo man sieht, wie Herr Lauterbach darauf reagiert, wenn man Herrn Lauterbach... Also das war jetzt kein Geheimnis. Und da er sich quasi in die Höhle des Löwen begeben hat, war eigentlich klar, was kommt. Und insofern habe ich eigentlich damit gerechnet, dass er humorvoll ist. Und er hat einfach einen sehr großartigen, sehr trockenen Humor. Das heißt, es gibt ja ein Programm mit Peer Steinbrück zusammen. Er wäre ein potenzieller Nachfolger für ein zukünftiges gemeinsames Programm? Das ist also vorstellbar. Aber da müsste man also nochmal überlegen, wo man also das wie macht. Aber denkbar ist das also schon. Aber ich kann dem Peer natürlich nicht fremdgehen, solange wir noch quasi kabarettistisch miteinander in der Kiste sind. Aber ein flotter Dreier geht ja auch, oder nicht? Das ist natürlich jetzt deine perverse Fantasie. Ja. Ich weiß nicht, ob die SPD das aushält. Ja. Wenn zwei mit mir rummachen, um Gottes Willen. Um Gott, das geht gerade. Lass uns über dein neues Buch sprechen. Weil es ist wirklich mehr Zeitgeist, geht eigentlich gar nicht rein. Schluss mit der Meinungsfreiheit. Wie sehr ist denn der Artikel 5 des Grundgesetzes in Gefahr? Die Meinungsfreiheit. Gar nicht. Also das muss man immer mal vorweg sagen. Die Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht in Gefahr. Im Gegenteil. Man kann heute Dinge sagen, die noch vor wenigen Jahren als unsagbar gegolten hätten. Also du kannst heute sagen, das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Denkmal der Schande. Du kannst sagen, dass das Dritte Reich ein Vogelschiss der Geschichte war. Du kannst Grüne hängen wollen auf Plakaten, wie jetzt gerade in Zwickau und Richter sagen, dass das in Ordnung ist. Also wir können alles sagen. Wir können zum Teil sogar Dinge sagen, von denen ich denke, ich bin schockiert, dass es Applaus dafür gibt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Das ist mal die ganz wichtige Überschrift. Und dann kommt das Aber. Und das Problem, das Aber, das ich sehe, ist, dass wir eine massive Verengung des Diskurses haben. Das heißt, wir reden alle wahnsinnig viel. Wir wollen Recht haben, unbedingt. Wir glauben, unsere Meinung ist die richtige. Und verbarrikadieren uns in unseren Meinungen und lassen nichts anderes mehr zu. Das heißt, wir reden, hören aber nicht zu. Und viele beanspruchen, glaube ich, dass Meinungsfreiheit vor allem Widerspruchsfreiheit bedeutet. Und das ist ein großer Irrtum, denn wer eine Meinung hat, muss damit rechnen, dass Menschen anderer Meinung sind. Und das scheint nicht mehr allgemeines Kulturgut zu sein. Also es gehört ja quasi dazu, dass man die Annahme haben muss, wenn ich mit jemandem spreche. Der Gegenüber könnte ja theoretisch auch Recht haben. Genau. Und das heißt zunächst mal anzunehmen, dass ich vielleicht falsch liege, dass ich vielleicht nichts weiß. Also ich bin auch immer, das habe ich auch im Buch versucht zu zeigen, ich bin auch schockiert, dass heute alle meinen, eine Meinung haben zu müssen. Also ich finde zum Beispiel, es gibt ganz viele Dinge, zu denen ich keine Meinung habe. Und wo ich auch einfach mich freue, wenn da jemand ist, der mir was erzählen kann. Und ganz häufig erlebe ich so einen Zwang von Leuten, die dann meinen, sie müssen jetzt irgendwie mitreden können. Sie haben zwar keine Ahnung, aber sie plappern. Und dann denke ich oft, nö, also wir leben zwar zu Recht oft in einem Zeitalter des Aktivismus, aber es gibt auch ein aktives Passivsein, nämlich zu sagen, ich höre mir jetzt einfach mal was an und nehme das hin und gucke mal, wann ich mir mein Urteil bilde. Ich meine, wir hatten das ja ganz stark während der ganzen Corona-Zeit. Es gab ja entweder nur Ja pro Spahn, ich mache das hundertprozentig mit oder Querdenker. Dazwischen gab es ja gar nicht. Woher kommt es, dass es eigentlich nur noch diese beiden Pole gibt und nicht mehr die Grauphase dazwischen? Also nach meiner Diagnose hängt das mit einer massiven Verunsicherung zusammen. Also seit 1989 erleben wir ja eigentlich eine Phase der Verunsicherung. Wir hatten so goldene 90er Jahre. Ich nenne das im Buch die Epoche der Einstürze. Also nach 1989 hatten wir eine Phase, da schien alles gut zu sein. Der Kapitalismus schien gewonnen zu haben, der Sozialismus war weg, alles war irgendwie gut. Dann kam 9-11, dann kam die Finanzkrise, dann kamen die Einschüsse langsam näher. Und plötzlich wurde das so existenziell. Und plötzlich saßen wir da und dachten, okay, vielleicht sind wir irgendwie die Nächsten, die es trifft. Vielleicht ist das alles gar nicht so sicher. Vielleicht sind wir gar nicht die Sieger der Geschichte, für die wir uns immer gehalten haben. Und das hat jetzt mit Corona natürlich zu einem Art Finalpunkt, vorläufigen Finalpunkt geführt. Weil plötzlich war eine Pandemie da, bei der jeder jederzeit infiziert werden konnte. Von der wir nie wussten, wann erreicht sie uns und wie können wir es mindestens am Anfang verhindern. Und das hat zu so einer Verunsicherung geführt, in der wir vor allem den Eindruck haben, wir müssen uns sicher sein in unserer Meinung. Und wer anderer Meinung ist, der muss weg, der ist Feind, der ist böse, mit dem wollen wir uns nicht infizieren. Wir wollen auf der Seite der Guten sein. Und ich habe immer das größte Misstrauen gegenüber denen, die glauben, auf der richtigen, auf der guten Seite zu stehen. Das ist immer das Schlimmste. Ich habe lange für das Buch Attila Hildmann beobachtet und beschreibe den auch ausführlich. Und zwar nicht, weil ich mich über den nur lustig machen will, sondern weil ich glaube, dass wir ungeheuer viel lernen können, wenn wir uns die Täter angucken. Wenn wir die angucken, die uns die Zerspiegel unserer eigenen Geschichte sind, unserer eigenen Personen. Was hast du von ihm gelernt? Ich habe von ihm, du kannst bei ihm zum Beispiel lernen, wenn du ihn anguckst, ich war auf mehreren Demos, habe ihn da beobachtet. Und wenn du dann zum Beispiel zurückguckst in seine Biografie, siehst du, das ist ein Mensch, der immer Guru war. Der war immer sicher, dass er damals noch als veganer Koch recht hat, dass seine Rezepte nicht nur vegan und gut sind, sondern auch gesund, was wissenschaftlich so nie haltbar war. Aber es stammen von ihm Sätze wie, ich bin der Picasso, der Küche. Es war immer das Bewusstsein, ich stehe auf der richtigen Seite der Geschichte. Und das ist immer im Zweifel die Abbiegung, dass du im nächsten Moment irgendwo hin abbiegst, wo du denkst, da wärst du mal besser nicht in Gefahr. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil es hat natürlich auch einen Umkehrschluss. Wenn ich eine Position habe, von der ich glaube, dass sie richtig ist, löst es ja gegenüber immer etwas aus. Und da habe ich das Gefühl, es gibt nur noch zwei Reaktionsmöglichkeiten, entweder Empörung oder Empfindlichkeit. Es ist ja wirklich so, entweder ist man völlig down und sagt, wie kann oder so, oder man ist völlig empört. Es sind eigentlich nur noch diese beiden Reaktionen möglich. Ja genau, du hast auf der einen Seite Empörung, also Empörung immer für die anderen, also immer draufhauen und Empfindlichkeit für sich selbst. Und das hängt ja zusammen. Also Menschen, die sich sehr stark empören können, halten ja meistens sehr wenig aus. Also wenn es mal auf die eigenen Kosten geht, dann ist ganz schnell Schluss mit lustig. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die natürlich durchs Internet nochmal radikalisiert wird. Das ist ja der Ort der Empörung. So funktionieren ja letztlich soziale Netzwerke. Es kommt das nach oben, was möglichst eindeutig ist, was möglichst klar ist, was möglichst radikal ist. Das heißt, wenn du dich empörst, wirst du mutmaßlich mehr gesehen, mehr gehört, mehr gelesen und mehr kommentiert. So, das heißt, davon profitieren die. Also sorgst du dafür, dass du immer eindeutiger wirst, dass du kürzer wirst, dass du härter wirst. Das kenne ich auch. Ich bin auch bei Facebook und bei Twitter. Ich bin da auch mit Freude. Aber merke auch, wie ich da manchmal denke danach, nee, das hättest du im direkten Gespräch so nie gesagt. Und das fördert natürlich die Empörung. Und auf der anderen Seite entsteht durch Empörung Verletzung. Und diese Verletzung führt im Zweifel eben dazu, dass man sich beschwert, dass man zu Recht verletzt ist, aber auch sich immer empfindlicher macht. Und dann glaubt, wiederum als der Getroffene dagegen schlagen zu können. Und dann sind wir in der Dialektik aus Verletzung und Rache. Und das ist letztlich im Grunde präfaschistoid. Ist es dann so, dass das auch die Begründung ist, warum es diese Cancel Culture immer mehr eigentlich gibt? Diese Abbruchkultur, dass man gewisse Sachen eben dann nicht mehr sagt oder nicht mehr darf? Ja, also man muss mit dem Begriff, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Es gibt diese Erscheinung, es gibt sie zum Teil auch in Deutschland, aber es gibt sie nicht so, wie es sie in den USA gibt, wo das wirklich ein großes Problem ist im Journalismus, in der Kunst, das haben wir in Deutschland so nicht. Aber es gibt die Tendenzen dahin, dass man im Grunde sagt, naja, der andere soll eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Also, sondern er hat was gesagt, das gefällt mir nicht. Er hat was gesagt, das finde ich falsch. Dann reicht es auch nicht, dass sich die andere Seite entschuldigt, sondern dann muss die weg. Und das ist deshalb so gefährlich, weil wir damit im Grunde die Moral über das Recht stellen. Und das heißt, wir urteilen moralisch und treffen ein Urteil über eine Person und dann soll die weg. Aber eigentlich ist es ja meistens Aufgabe der Gerichte, sowas zu entscheiden. Oder im Zweifel der Sender oder wem auch immer. Und eine Gesellschaft, die die Moral übers Recht stellt, ist nicht besonders liberal. Das ist eher spätes Mittelalter. Das ist also Sieg der Gesinnung über die Urteilsfähigkeit des Kopfes quasi schon. Gibt es so Sachen, Heiner, die du heute vielleicht nicht mehr sagen würdest, weil du gar keine Lust hast, dass da sowas hochploppt und du als... Ja, ich wollte, ich hätte nämlich auch eine Frage. Ja, bitte, bitte. Nein, eine Frage. Heiner Lauterbach wollte heute die NDR Talkshow, meine Damen und Herren. Aber macht ihr Kabarettisten das nicht pausenlos, ein bisschen die Moral über das Recht zu stellen? Das kann passieren. Ich bin kein Freund davon, wenn Kabarettisten ins Moralische abdriften, das kann es geben. Meine persönliche Auffassung ist, dass gerade Kabarett, das gerade Satire, viel amoralischer sein müsste. Also wir müssten viel mehr quasi Anwalt des Teufels sein. Wir müssen eigentlich selbst die Bösen sein und das Publikum mit ihren eigenen Abgründen konfrontieren. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das gelingt nicht immer. Wie die Narren früher am Hof. Richtig, das gelingt nicht immer. Natürlich machen wir manchmal auch Witze und sagen die da oben und so und hier noch ein Witz über den. Das gehört auch dazu. Aber ich finde nicht, dass die Kunstform Satire sich dadurch auszeichnet, dass sie besonders moralisch wird. Im Gegenteil. Dieter, als du die Schüler zur Liberalität und zum Zuhören erzogen hast, zum Hinhören besser gesagt, sind da mal Eltern gekommen und haben gesagt, wir möchten das nicht, dass die Schüler plötzlich so liberal sind. Gab es das? Nee, das ist nie passiert. Aber das lag einfach an der Situation in Stadt Allendorf. Für mich war das auch erst überraschend, als ich auf dem Gymnasium war, da komme ich mal in eine Klasse rein, da saß ein Mädchen so auf dem Tisch. Ja. Und ich sagte, bitte setz dich. Nichts passiert. Dann habe ich irgendwann gesagt, schieb deinen Arsch jetzt mal da runter. Dann ist sie ganz schnell runter, rausgerannt. Halbe Stunde später war der Schulleiter da und die Mutter und der Vater. So. Und Stadt Allendorf waren nie Eltern in der Schule. Also das sind alles Leute, die durch Schule so geschädigt waren, dass sie keine Lust mehr hatten, in die Schule zu gehen, sich mit irgendeinem Lehrer dann blöd rumzustreiten oder so. Das heißt, am Anfang war ich schon sehr vorsichtig, über Homosexualität zu reden, habe ich mich erst nicht getraut, weil ich dachte, ja, dann brauche ich eine Bodyguard oder so. Aber dadurch, dass ich so viel Vertrauen mit den Schülern und auch mit den Eltern aufgebaut habe, also nicht, dass ich sie direkt gesehen hätte, aber ich habe nie irgendwie mitgekriegt, dass da was Negatives war. Aber ich wollte dich noch was fragen. Ist es nicht wichtig, als Kabarettist auch ein bisschen die Ursachen zu beleuchten für diese Polarisation, von der du redest, diese Ursachen von Intoleranz, dieses immer zunehmende Aufeinandereinhaken, sieht man jetzt auch im Wahlkampf? Ja, das ist tatsächlich mein wesentliches Anliegen gewesen, warum ich dieses Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit geschrieben habe, weil ich mal weg wollte von diesen ganzen Empörungen. Also man hat ja zum Thema Meinungsfreiheit meistens ältere Herren, die sagen, ich darf nichts mehr sagen, ich will das N-Wort sagen, ich will das sagen, ich darf nichts mehr, und die rummeckern. Und ich wollte mal da komplett anders rangehen, nämlich nicht aus der Position heraus, dass ich das Gefühl habe, dass meine Sprecherposition in Gefahr ist, das ist sie nicht, sondern mit einer gewissen Leichtigkeit. Und auch um zu gucken, wie sind wir überhaupt dahin gekommen. Also ich versuche nochmal nachzuzeichnen, wirklich von 1964, als es in Berkeley das Free Speech Movement gab, also Studenten, die an der Uni für Redefreiheit demonstriert haben. Also das, was ihnen laut US-Verfassung eigentlich zusteht. Und dann bis heute nochmal zu gucken, was ist in diesen 50 Jahren passiert. Vielleicht hängt ja die ganze Technisierung, das Silicon Valley, das Aufkommen des Internets und gleichzeitig das Aufkommen der Psychologie und der Psychotherapie als Massenerscheinung, vielleicht hängt das zusammen. Und ich versuche einfach mal aufzuzeigen, was ist eigentlich in den letzten 50 Jahren so los gewesen. Warum können wir offensichtlich nur noch in Befindlichkeiten leben und denken? Warum machen wir uns immer zum Zentrum? Also warum stellen wir das Gefühl über die Ratio? Warum stellen wir denjenigen, der spricht, über die Sache? Also eigentlich ist ja ein Satz noch. Eine kleine Frage, würdest du Zigeunerschnitzel sagen? Nein, würde ich nicht sagen. Warum? Ich weiß, dass es Menschen verletzt, also muss ich es nicht sagen. Punkt aus. Also es gibt überhaupt keine Diskussion. Und was ich eigentlich sagen wollte, es war eigentlich mal, so habe ich das gelernt, die Errungenschaft der Aufklärung, dass wir das, was gesagt wird, unabhängig von der Person betrachten. Und dass wir zuhören und sagen, was ist die Kraft? Ist das nicht, was du beschreibst, gerade auch genau das Problem bei dem Wahlkampf, wie ich es wahrnehme, dass es eben auch ein ganz anderer Wahlkampf war eigentlich, als wir ihn die Male davor erlebt haben? Ja, es ist viel moralischer auch wieder. Also wir halten uns an Fragen auf. Was macht Annalena Baerbock? Ja, das muss man auch einpreisen, was sie mit ihrem Buch, dass sie es nicht selber geschrieben hat. Aber sorry Leute, das ist ein Satz. Nicht jeder Politiker muss ein Buch schreiben. Wenn er nicht schreiben kann und keine Idee hat, lässt er es bleiben. Es wird nie jemand fragen. Punkt so. Und dann hast du auf der anderen Seite dann Armin Laschet, da hält man sich dran auf. Wann lacht er, wo lacht er? Und du denkst, ja, auch das kann man mal kurz drüber reden. Aber vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen wir stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, was eigentlich gerade auf dem Spiel steht, ist das wirklich so, dass du denkst, okay, eine Welt, die offensichtlich sich keine Antworten mehr auf die Fragen der eigenen Zeit zutraut, Klimawandel, Waffenlieferungen, tausend Themen, beschäftigt sich eben wie kleine Kinder damit, was haben die Böses gemacht? Ah, der eine hat abgeschrieben, wie in der Schule. Das kleine Kind hat abgeschrieben, das andere hat gelacht und dann werden wir es mal abstrafen. Wir reden über Tischsitten. Ja, das ist doch alber. Über wesentliche Inhalte. Ja. Das ist schrecklich. Du hast gerade eben die sozialen Medien angesprochen, die du auch selber nutzt, die haben natürlich das alles noch beschleunigt, kann man, ja, beschleunigt auf jeden Fall. Weil du natürlich dich ja auch immer in deinem Cocooning-Haften, in deiner Bubble, in deiner Peergroup quasi aufhältst und stetig die Bestätigung bekommst. Der Daumen geht hoch, wenn du irgendwas gepostet hast. Wie ist das aufzulösen? Ich glaube, das ist nur aufzulösen, indem wir auch da wegkommen von dieser Freund-Feind-Haltung. Also zu sagen, entweder das Internet ist toll, wir lieben es, Likes, Juhu, Shares, ich bin der Größte. Aber auch nicht dieses Diabolisierende oder Dämonisierende, oh, das Internet ist böse. Und ich glaube, dass wir, ich plädiere im Buch auch dafür, dass wir ein neues Schulfach einführen, Medienkritik. Das fände ich großartig, wo du wirklich die gesamte Mediengeschichte vom Buchdruck bis zu den sozialen Netzwerken vorurteilsfrei dir mit jungen Leuten anguckst, wo die Jungen von den Alten, die Alten auch von den Jungen lernen können. Und wo man dem nicht mehr als etwas begegnet, was nur Gefahr ist oder nur Heiligtum, sondern wo man sagt, hey, wir gucken uns an, was ist da eigentlich los? Was ist Fernsehen, was ist Internet? Und wir lernen einen souveränen Umgang mit diesen Medien. Denn ich glaube auch, wir können ja noch gar nicht so souverän damit umgehen, weil die Erscheinungen ja noch recht jung sind. Und wir in der Digitalisierung vor allen Dingen so hinten dran hängen, dass vielleicht so ein Schulfach dazu beitragen würde, dass wir langsamer aufschließen mit Finnland oder USA. Das wäre ja auch eine Hoffnung. Also muss man natürlich sagen, für das Schulfach bräuchte erst mal die Schule Internet und man müsste erst mal dort lernen, dass es das gibt. Mehr hilfreich. Mehr als 128 Kilobit-Modeln. Weil in der Schule steht nur noch ein Fax und ein Telefon. Ich bin drin. Was hältst du von der Digitalisierung der Schule, dass jetzt durch Corona nochmal richtig aufs Tablett gekommen ist? Jetzt wollen alle Parteien da ganz viel tun. Was hältst du davon? Ich kann dir nur schon mal sagen, ich hatte eine iPad-Klasse in Mathe. Herr Bachmann, darüber reden wir gleich weiter, weil wir sind nämlich am Ende der Sendung. Wir hören schon die Musik. Also auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, das Buch ist der Hammer. Vielen Dank, dass ich es schon lesen durfte. Sie können es jetzt lesen, Florian Schröder. Danke schön. Und das war, meine Damen und Herren.